Gaming-Content. Ab geht's. Fortfahren. Fortfahren. Wohin nur? In die Hikmet-Region, offensichtlich. Ganz offensichtlich. Den ganzen Jahren erst 40 Time-Alls bekommen. Nur, Onkel. Mensch, da ist ja nur Luft nach oben. Apropos oben. Wenn ich mich richtig erinnere. Was eine Überleitung. Müssen wir eine Etage höher und mit ihm sprechen? Das war richtig gut. Das war wirklich gut. Hallo, Ferhat. Erstmal hier angekickt. Vor allem eigentlich, ich treffe den dann nicht mal, oder? Warte mal. Sekunde. Nee, dann passiert's auch nicht. Also, du musst schon, du musst offensichtlich mit ein bisschen Karacho ankommen und den auch wirklich treffen. Nö. Hä? Ich versteh's nicht. Ist egal. Hab ich gelernt, wenn man Time-Outs überhaupt macht? Ja. Da braucht man's. Man, die man you're searching for is. You may not know where he is, but you did everything you could to find him, didn't you? What do you mean? Does this document ring a bell? You hired some debt collectors to find Mr. Darcy. How dare you rummage through my belongings? You could have taken legal action and retrieved what you were owed, but you sent some killers instead. I doubt the Governor would approve. Do you want us to tell him about it? No. But please, understand me. The Darcy family is on the continent. It would take months for them to reply to my complaint. What other solution was there? My shop will not survive this. Tell us who these debt collectors are, and we'll take care of it. They loiter in an alleyway of ill repute, not far from here, in the Science District. That's what I feared. Probably a bunch of cutthroats. If Bastion survives... If he survives, remind him of what he owes me. Der ist ja nett. Das ist ja, äh, das ist ja richtig freundlich. Ja? Sollte er überleben, dann erinnert ihn daran, was er mir schuldet. Nett. Ich hab, äh, gar nichts Schlimmes gemacht, im Prinzip. Ja, genau. Luzus, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Ha, unvorbildliche Verhalten von 40 Timehouse hatte ich immerhin zu raubes Mord. Ja, ne? Eigentlich ist das doch bezeichnend. Irgendwie ist das bezeichnend, finde ich. Hm. Ich hab nur einen geskillt, oder? Ich hab nur einen in Schlossklagen geskillt. Einen auf der Brust. Ja, okay, das reicht nicht. Schade. Zehn im Jahr sind noch nicht so viel. Das geht. Ja, viele davon sind ja auch, also, man muss ja auch dazu sagen, wofür gab es die Timeouts. Ja, ein paar waren ja auch mehr so Joke. Darf man ja auch nicht vergessen. Ja, gelöscht vom Mobot. Zack. Ja? Das ist jetzt tragisch, Mox. Moin, Siri. Ha. Gott nicht mehr in deinem Team, Raub. Ja, ich weiß auch nicht. Der ist irgendwie, der ist plötzlich weg, Siri. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. So. Hm. Hä? Sag mal. Einmal rundherum. Ganz weg oder nur aus der Gruppe? Er ist irgendwie weg. 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 Hi, Shadow. Hey, you. Leave this man alone. What do you want? No one asked you for your opinion, so get lost. Maybe he's friends with the weakling. Maybe. In any case, it seems like he wants to share his fate. You think I'm afraid? I've fought uglier people than you. Vasco, let me try to take care of this. How much money are we talking about? You're here to collect a debt, right? Between what he owes our client and our commission, it's a hefty sum. But if you want to pay in his stead, my lady, please do. $200? Ja, grundsätzlich geht das ja. Aber hey, Charisma regelt. Ha! Na, Schöne, du geht's dir gut? Hallo, Early Bird. Sind wir heute schon wieder auf der... Was heißt denn hier schon wieder? Aber ja, wir sind heute auf der Startseite. Das ist korrekt. Sie selber einen Nasenring verpassen mit einer Pistole. Sag sowas doch nicht. Psst, okay. Psst. Hi, Herr Gartes. Äh, hier. Ich glaube, Sie wissen, wer Sie beschäftigen. Also, ich werde mich vorstellen. Mein Name ist De Sardé. Ich bin der Legate der Congregation. Und ich bin hier, um die Leben von einem unserer Bürger zu retten. Wenn Sie ihn nicht sofort an mir geben, ich werde keine Chance, aber zu informieren, der Gäufer. Und Sie werden in der Gäufer in kein Zeitpunkt verraten. Dammit, sie sehen sehr ernst. Ja, ein bisschen zu viel. Listen, wir wollen nicht in Probleme mit dem Gäufer, so take him. Ja, wenn unser Klienter will, wenn Sie nicht mehr bezahlen müssen, Sie werden müssen, Sie müssen eine Verpflichtung verraten. Komm. Vielen Dank für Ihre Intervention. Ich dachte, diese Brüte würde mich töten. Nichts�chen, es ist nur natürlich. Aber wie warst du in dieser Situation? Oh, ich bin sicher, jemand wie du, der in der Höhe der Gesellschaft, will verstehen. Es gibt eine Spielbüge hier, die von der Besten der Aristokratie ist. Ich verletze die Geld, die ich an dem Merchant hatte, während ich da spielen. Und, seit ich mit ein paar anderen Dezten bin, musste ich die Merchandise auch verabschieden. Was mir auffällt, das fällt mir heute das erste. Erstmal richtig stark auf. Ich glaube, das ist jetzt erst bei den Quests. Am Anfang war das nicht so. Die Charaktere gucken manchmal in die falsche Richtung. Also, wenn sie mit jemandem sprechen, passt die Richtung des Blicks, beziehungsweise die Kopfrichtung irgendwie nicht. Oh, mein Glückwunsch. Was, wo ruft bloß vier? Das ist ganz gut, oder? Warte mal. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das sieht doch gut aus. Na, Herr Katis? Hallo, Evergreen. Oh, und Dankeschön. Gerne doch. Ich wünsche dir auch einen fantastischen Tag. Hallöchen, Strauchy. Eine wunderschöne guten Tag. Hallo, Atlas. War ich gerade mit dem Video von gestern fertig und zack, da kommt schon die Fortsetzung. Hallöchen, Yilea. Gerade an den Gesichtern erkennt man, dass es ein relativ kleines Studio ist. Macht aber meiner Meinung nach das Spiel nicht schlecht. Nein. Nein, nein, definitiv nicht. Also diese... Ich kann über solche kleinen Macken hinwegsehen. Vor allem, weil ich ja weiß, wie groß das Studio ist. Von dem her... Ich finde das auch nicht schlimm. Steam Vollern. Guten Tag. Hallöchen. Lucky, vielen lieben Tag für die Recept. Danke für zehn Monate. Ah. Lass mich überlegen. Deine Gumminzelle wird mit einer Klimaanlage ausgestattet. Der nächste Sommer kann kommen. Ich weiß, jetzt wird es erst mal kalt, aber im nächsten Squadern, weißt du, das läuft. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Okay, ich möchte aber, wenn wir können, würde ich gerne gleich weiter questen, wenn es geht. Mal gucken. Äh. Können wir etwa rumromancen? Wer wütend auf mich ist? Das hat aber gedauert. Das hat ja gedauert. Hallo, Igel. Einen wunderschönen guten Tag. Und durchschnitt Zelt. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zwangsverflauschen. Fürs random Zwangsverflauschen. Oh, und ich lese tolle Namen, die es da erwischt wird. Er erwischt hat. Durchschnitt Zelt. Guck mal hier. In deinem Namen. In deinem Namen herzlich willkommen an Easy Rider, Marvin Clifford. Ach, der Mar. Schandmaul, Tarus Mollos und Rodan. Ihr fünf, bitte macht es euch in euren gesponserten Gummizellen ganz doll gemütlich. Lasst euch von Durchschnitt Zelt durch die Gemeinschaftsräume führen und Durchschnitt Zelt. Bitte sei so lieb. Und gebt den neuen Flauschraupen ein nasses Handtuch zur Verteidigung für die Gruppendusche. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Möge dir ein toller Tagegönnend sein. Och, Igel, Dankeschön dir ebenfalls. Das Bild gesehen, was sie zum Patch von Greedfall veröffentlicht haben? Nee, ich habe nicht mal den Patch mitgekriegt. Hallöchen Durchschnitt Zelt. So wird man also in den Chat geholt. Tutsch gerade angemacht. Und es kommt, dass man zwangsversuppt wurde. Ha, wem muss ich danken? Schand mal dem Durchschnitt Zelt. Dem Durchschnitt Zelt darfst du danken. Oh, was für ein fantastisches Bild. Oh, wie hübsch. Ui, schick, 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 schick. Sehr schön. Hallo Rodan. Hallo Easy Rider. So, was machen wir denn jetzt mit ihm? Die ihm fragen, ob dein Charme zu diesem Meinungswechsel geführt hat. Ihm sagen, dass er nichts dafür kann. Wir probieren das mit dem Charme. Did my Charme make you change your mind? And I was starting to believe that you were different. Did you want anything else? Echt jetzt? Der hat mich gerade richtig böse abfahren lassen, oder? Boah. Wie heftig. Äh, nun. Yuasa Kura. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Moin, einen wunderschönen guten Tag. Ich finde Grief voll fantastisch. Also es gefällt mir wirklich gut. Es hat seine Ecken und Kanten. Das ist aber, glaube ich, einfach der Größte des Studios geschuldet. Und vermutlich auch des Zeitdrucks. Ich schätze mal, sie werden Druck gehabt haben bei so einem kleinen Studio. Es ist ja dann immer auch irgendwann eine Geldfrage, ne? Ähm, das heißt, äh, so Lippensynchronität, äh, also vor allem generell, was einfach die Gesichter betrifft, ne? Also in Gesprächen und so Nahaufnahmen. Das ist so ein bisschen so eine Sache. Aber ansonsten, ähm, Atmosphäre ist fantastisch in diesem Spiel. Also egal, wo du rumläufst, es vermittelt einfach genau das, was es sein möchte. Ähm, jede, jede Region sieht unglaublich gut aus. Es ist extrem detailverliebt, finde ich. Ähm, und die Story ist bisher grandios. Also es macht unfassbar Spaß, es ist mega spannend. Ähm, ich kann es tatsächlich empfehlen, absolut. Also wer aber so Kleinigkeiten, ähm, hinwegsehen kann, über so grafische Kleinigkeiten, äh, ne? Dem kann ich es absolut ans Herz legen. Der Patch war, ist ja nur 35 MB groß. Ja, okay, gut. Dann ist es nicht verwunderlich, dass ich es nicht mitbekommen habe. Runner, einen wunderschönen guten Tag. Hallo Fuchs und danke für den Resub. Herzlich willkommen im Zweiten. Deine Gummizelle hat sich begrüßt. Du hast mehr Platz, schieb dir eine entspannte Sitzgelegenheit in die Gummizelle. Machst du darauf gemütlich. Dankeschön. Doc Schrott und Gara, danke für die Follows. Dankeschön. Ach ja. Was für ein schöner Tag. So, ob er wünscht, nie. Wir können das ja mal fragen. Oh Gott, ich hoffe, ich versau's mir jetzt nicht voll mit ihm. Und du wirst, dass du nie zu den Gummizellen gabst? Wie kann ich nicht regrettvoll sein? Ich habe niemals eine Mütze Liebe oder eine liebliche Jugend erlebte. Wir fragen, ob er auch schöne Erinnerungen hat. Wir sagen, dass er dir leid tut, was ihm geschehen ist. Das tut mir nicht leid. Wir sagen, dass das Leben als jemand ihn zu einem besseren Menschen gemacht hat. Wir fragen. Nach schönen Erinnerungen. Hast du nicht noch glückliche Erinnerungen? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, das erste Mal auf die Schraubchen. Die unglaubliche Sicht, die Dizziness, die Sensation von Komplett, der Freiheit. Es war ein Unforgetable Moment. Ich kann nur vorstellen, wie du fühlst. Aber es klingt toll. Es war. Ich würde nicht diese Erinnerungen für alle Gold in der Welt. Danke, Dasarde. Du hast mir viel, was zu denken. Wolltest du noch etwas anderes? Okay, das war gut. Das war offensichtlich gut. Na, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wenigstens nicht völlig verkackt. Kaladin, einen wunderschönen guten Abend. Wie weit ist dein momentaner Spielfortschritt? Vielleicht bringt es dir was, wenn ich dir meine Mainquest aktuell zeige, wo ich da bin. Wir haben gestern einen ziemlich großen Sprung hier unten in der Mainquest-Reihe gemacht. Den ich etwas bereue. Den ich ein wenig bereue. Aber das war mega spannend. Ein bisschen bitter, aber sehr, sehr spannend. Und ja. Vielleicht hilft dir das, wenn du das siehst. Ansonsten müsste ich relativ weit ausholen und viel erzählen. Kaladin, einen wunderschönen guten Tag. Hab jemand vergessen? Oh, den Strauchy vergessen. Chippes. Danke für den Resub. Danke für elf Monate. Deine Gummizelle wird mit einer Zuckerwattemaschine und einer Eistrohe ausgestattet. Vielen lieben Dank. Genau, also einmal haben wir Dämonischer Kult. Begib dich zum Dorf, von dem Petrus gesprochen hat. Gelehrte auf Expedition. Findet das Expeditionslager der Gelehrten. Und erörteret mit Konstantin die Lage nach dem Putsch. Also es wurden jetzt im Prinzip die drei Städte hier angegriffen. Übernommen. Zwei konnten wir retten. Eine nicht. Dummerweise. Und ja. Das ist so der momentane Stand, was die Mainquest-Reihe angeht. Ich versuche bloß jetzt erstmal wieder verstärkt Nebenquests zu machen, weil ich offensichtlich einfach im letzten Stream etwas zu schnell in der Mainquest vorangegangen bin und dadurch einiges an Mainquests nicht bekommen habe und mir damit auch ein bisschen meine Hauptquest versaut habe. Neo, einen wunderschönen guten Tag. Also dieses Spiel, das ist das Tolle an dem Spiel. Es hat wirklich Konsequenzen. Es hat wirklich, wirklich, wirklich Konsequenzen. Und zwar sehr starke. Luke, einen wunderschönen guten Abend. Hi. Hallo Neo-Adler. Was in diesem Spiel stand, hat das Spiel ja noch nicht, beziehungsweise noch nicht großartig mit Greedfall beschäftigt. Oh, wie viele Stunden. Strauchy, kannst du kurz gucken, wie viele Stunden ich schon in Greedfall habe? 20, 30, 40? Ich bin mir nicht sicher. Pudelzucker und Turbo-Mobs. Was für tolle Namen. Danke für die Follows. Sternstaubkind. Hallöchen. Ein wenig an Witcher 3 reinkommt, aber ohne Open Worlds fiel sich das Spiel an wie 90% Dialoge. Das hat doch nur Open World, Gara. Du hast eine Open World. 26 Stunden sind wir momentan. Okay, 26 Stunden. Und nein, das ist nicht Assassin's Creed, sondern Flamingo. Moinsen, Wiesentreu. Open World ist da. Also Open ist relativ. Klar hat die Map eine Grenze. Also die Map hat Grenzen. Aber ansonsten ist das Open World. Die können wir noch machen? Ach, weil das Hikmet ist, ne? Weil das hier ist. Und da ich ja die Stadt gerettet habe. Ja, okay. Dann lass uns doch mal rausgehen aus der Stadt. Und ein bisschen mit Dialogen aufhören. Und einfach ein wenig... Ein wenig in der Wildnis rumstapfen. Dann verfolge ich mal eine Quest, bei der ich davon ausgehe, dass ich ein bisschen in der Wildnis rumstümpeln kann. Rumdümpeln kann. Und dann gucken. Überall lineare Wege, unsichtbare Wände. Nennst du Open World? Achso. Naja, für mich ist Open, wenn ich überall... Überall... Hinkern, ohne dass ich etwas dafür erreicht haben muss. Denn auch Witcher hat Grenzen. Mapenden und sowas. Also ja, du hast natürlich recht. Man kann jetzt hier nicht... Es ist kein Witcher 3. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Und ich finde... Das finde ich dann... Ich weiß nicht, ob ich das gut finde, wenn ich ein Witcher 3 oder ein Assassin's Creed... Ähm... Mit so einem kleinen Spiel... Also von einem kleinen Studio... Vergleiche. Also ja, wenn das dein Anspruch ist, dann ist es nicht dein Spiel. Vermutlich. Also höchstwahrscheinlich. Saratura, moin moin. Hallöchen. Timmy, ich danke dir für die Witze. Dankeschön. Dann ist es vermutlich nicht deins. Zip, zip, zip. Sie haben mich zu helfen, um dich zu kämpfen gegen die Karavan attacks zu kämpfen. Können Sie mich genauer erzählen, was passiert? Für Wochen, wir haben uns verletzt, von den Savagen. Sie sind für die Gruppen von Soldaten oder Karavans zu sehen, um die Outpost zu kämpfen. Und sie attacken mit unglaublichem Gefängnis. Sie nicht nur holen, oder equipmenten. Sie töten ohne Geräte. Okay, wir müssen doch noch erst durch ein paar Dialoge durch. Das hat große Ähnlichkeit mit Assassin's Creed. Optisch, ein bisschen. Ich finde, also, wenn mich ja jemand fragt, ja, dann ist das Spiel für mich eine Mischung aus Gothic und Dragon Age. Wenn ich ganz ehrlich bin. Also mit Assassin's Creed verbinde ich ganz, ganz doll viel Klettern und so. Und Stealth vor allem. Und das hast du ja halt nicht. Definitiv nicht. Nicht auf einer Welt profitieren? Ja, definitiv. Also ich bin, ich, ganz ehrlich. Ich habe Assassin's Creed Odyssey jetzt wieder ganz gut gemocht. Also das hat mir gefallen. Aber. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel immer das Gleiche. So, und das ist das, das ist häufig leider das Tragische an so, also bei Witcher 3 definitiv nicht. Ja, Witcher 3 lassen wir da mal ganz außen vor. Witcher 3 ist ein grandioses, hervorragendes Open-World-RPG. Die, was so, äh, also, ne? Davon sprechen wir jetzt nicht. Aber Assassin's Creed, finde ich zum Beispiel, hat enorm gelitten. So, da, da leidet einfach die Qualität der, der Storylines, der Quests. Und das finde ich halt mega schade. Das ist halt hier was ganz anderes. Ja, die sind halt top. Das ist, es ist super spannend. Du bleibst dran, du hast Bock darauf. Äh, du hast nicht das Gefühl, dass ich hier ständig, äh, dass du ständig immer wieder genau den gleichen Scheiß machst. Und das ist halt, also, das ist für mich schon viel wert. Aber, wie gesagt, jedem das sein. Wasserschätze, total abwechslungsreich. Das Spiel ist was für geduldige Menschen. Ja, die halt auch gut mit, äh, mit Dialogen klarkommen. Deswegen vergleiche ich es ja auch so gerne mit, mit Gothic oder Dragon Age. Dragon Age heißt da auch ganz doll viel Text. Äh, Adgöz, Adgöz. Ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht. Dankeschön. Hi. Äh, nur Kohl, wegen dann leidet das Game. Ja. Danach hat es irgendwie abgenommen. Ja. Na, das ist nicht nett. Fehler bei Assassin's Creed 3 war der Einschlag ins RPG. Action Adventure mit Stealth-Einlagen und RPG-Elementen. Ich finde das, äh, in die Richtung RPG fand ich gar nicht so schlecht. Mir hat das, äh, zum Beispiel sehr gut gefallen. Ich mag so Skill-Systeme. Und wenn man das stärker anpassen kann. Ich fand auch die Änderung des Kampfsystems sehr toll, weil das vorher so einfach war. Also wirklich, ich meine, Assassin's Creed ist immer noch einfach, ja. Selbst Odyssey war unfassbar leicht. Aber das war ja vorher wirklich einfach nur im richtigen Moment die Taste drücken. Ja, das, 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 es hatte jetzt schon mehr Anspruch. Das Kampfsystem hatte mehr Anspruch. Das finde ich gut. Ähm, die Welt wird einfach nur zu groß. Also das ist für mich die größte Kritik, äh, an Assassin's Creed momentan. Oh, ja. So, wenn der Open World... Ja, ganz genau das, Gara. Ja. Wir haben auch eine flammende Waffe. Oh, ja, ganz genau. Ja dann, wollen wir doch mal. Abmarsch. Das ist das Creed, soll die Masse bedienen? Die Masse ist faul. Das Geld muss ja wieder rein. Ja, das ist ja das, ne? Deswegen bin ich dann immer noch froh, wenn es kleine Studios gibt, die sich das trauen, die sich trauen, sich ein so großes RPG zu setzen, ja? Und zu sagen, wir machen das jetzt, auch wenn wir vielleicht nicht den AAA-Anspruch der Masse stillen können, aber wir machen das. Oh. Oh, hi. Oh, fuck. Ähm. Ist da noch einer? Bist du alleine? Du bist nicht alleine. Bit of poison on my blade, then let's go! Woo. Close to his regnes deep. Das war er. Story und Parcours. Keine Ahnung, wie es genau geschrieben wird. Mit dem Zwang auf Apogee wurde es nur weiter auf die Masse geprügelt. Hm, weiß ich nicht. RPG ist eigentlich nicht unbedingt Masse, du. Also ich glaube, die Masse will es leicht. Ja, Indie-Spiele sind eh toll. Sowieso. Sowieso. Ich weiß gar nicht, ob ich spoilern darf. Ich darf auf der Mac wieder auf Indie-Arena-Boo streamen. Ich freue mich schon. Hallo, Psyche. Wunderbar, wenn es für verschiedene Geschmäcker, verschiedene Spiele ist. Ja, das stimmt. Definitiv. Ich hatte da vorher mein Story-Setting nicht wirklich unterschiedlich. Ja. Sie mussten was machen. Also, ne? Du kannst ja nicht die ganze Zeit beim gleichen Prinzip bleiben. Irgendwann musst du schon mal was tun. Ich fand das gut. Also in die RPG-Richtung zu gehen finde ich gut. Ich habe nur die Frage, wie man es macht. Ist dieses Game wie Gothic und Risen? Ähm, für mich ist es ein Mix, äh, Between Gothic und ähm, oder in generell, Piranha Bytes, äh, Games. So Gothic oder Risen, äh, ist fine. Und Dragon Age. Holon hat angeschaut, ich liebe es. Was ist das denn? Wie? Gerne. You're welcome. Hm, ich hab da so ne Vermutung. Hm, sieht gut aus, das Spielen. Ich find's, ich find's echt toll. Ich mag es sehr, sehr, sehr gerne. Haaah. Werner, not a real duck, Vegatoss. Danke für die Follows. Vielen lieben Dank. In what way it's like Dragon Age? You have, uh, you have companions. You can't really, um, move them. Like you can in Dragon Age. Uh, you can, you can say what they, what they should do. But you have also, um, uh, a battle pause. There. Um. There you can take actions. Just, yeah. Only for your own character, but. It reminds me a little bit, uh, on Dragon Age. There's a bit of poison on my brain. And let's go! Let's see if you can ward off this fate. Ah! 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 Nächste, Fett. Butter ist teuer. Hat meine Mutter immer gesagt. Bahnromantiker hatte ich dich begrüßt. Hier. Dark Souls beispielsweise. Ja, aber das kann dann halt auch... Ja, Telltale ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Sag mal, wo muss ich denn jetzt hier hin? Finde die Rebellen. Ah, da soll ich hin. Alright, dann. 19, Samhain. Wäre die Serie ja auch ausgelutscht. Ja, also man muss mal überlegen, in welchem Turnus, also in welcher Geschwindigkeit die Assassin's Creed Teile kommen. Das ist ja auch so ein Ding. Du, 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 Ripp, dipp. Du, 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 du. It seems so. Seikin, ja. Ja. Sind wir. Wir haben heute einen Startseiten-Slot. Boom. Deswegen war ich heute auch so ein bisschen nervös, weil das... Also ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich auf der Startseite bin. Das nicht, aber es ist das erste Mal, dass ich es vorher wusste. Dragos, Hallöchen. Einen wunderschönen guten Tag. Oh, ich sehe Minya, sie mord. Minya. Das muss Low-Level-Gebiet sein. Muss Low-Level-Gebiet sein. Tricky Mac-Nap. Moin, moin, Hallöchen. Kaum im Mac-Trailer, schon kommen die Slots aus der Stadt. Nee, 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 nee. Ich weiß nicht, ob das... Sie haben einfach was an der Art der Startseiten-Rota geändert. So, und deswegen weiß man das jetzt vorher. Vorab. Das war halt früher nicht so. Da passt da halt einfach mal irgendwann zufällig drauf. Mehrer Lizenzen, klar war ich nicht, Spiel vom Ablauf her prinzipiell gleich, aber dennoch waren sie gut, manchmal in zwei bis drei Pokerspielen, abgesehen. Brennmuffel schon, guten Abend, hi. Unvollendeter Brief eines Händlers an seine Familie. Meine Liebe, ich fürchte, diese Reise wird meine letzte sein. Wir waren sehr vorsichtig und haben sogar jede Nacht kalt gespeist, weil es zu gefährlich war, ein Feuer zu machen. Und dennoch habe ich das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Und ich fürchte, dass wir uns angreifen könnten. Praktisch jeden Moment. Er war in der Karavan, aber wer, der ihn attackt hat, hat er entschieden, ihn hier zu tragen und ihn zu den wilden Beesten. Der Donäa Ektragao macht das als eine Art der Taktik. Das ist ein Messer für andere Merchanten. Okay. Hey, Brennmuffel. Schauen wir uns mal weiter hier hinten um. Oh. Immer dieses Töten. Ja. Ruhig. Ja, lässt du das. Rodan, das wünsche ich ebenfalls. Einen schönen Abend. So. Da oben. Schau mal an. Die Herrschaften. Ob wir das friedlich lösen können. Ist es ein toter Troutan? Es ist tatsächlich ein totes Gugel. Was Spielen angeht, langweilig. Ja, die Story war halt interessant. Hi, Sandbockfräulein. Äh, Jan. So viel zu der Frage, ob wir das friedlich klären können. Ich meine, ich darf mir jetzt sprechst wenigstens mal an. Hätte ja klappen können. Fixen, Döner holen. Pünktlich zum Streamer anfangen da. Da fing Raupe früher ein zu streamen. Hoffe, hab nichts verpasst. Nein, alles gut. Wir haben sehr, sehr viel, ähm, wir haben viel gequatscht. Äh, wir haben, äh, die, die, äh, eine der Vasco-Quests gemacht, beendet. Die hatten wir ja gestern schon angefangen. Ähm. Und sind jetzt, äh, einer Nebenquest auf der Spur, die wir in Hick mit angenommen hatten, der Außenposten, dessen Karawanen ständig überfallen werden. Und, äh, wir nähern uns langsam dem Rebellenlager, die vermutlich für diese Angriffe verantwortlich sind. Oh. Hey. Wie? Hey. Sehr eklig. Äh. Dass man Kanten zum Hochziehen markiert. Okay. Man muss jede Sprosse an einer Leiter markieren. Er war gründlich. Ja. So. Er hat sich halt gedacht, so, bevor das irgendeiner nicht checkt, ja. Machen wir das jetzt ganz genau. Hm. Weiterentwickeln kann sich man bei Heavy Rain. Hm, hm, hm. Können wir das friedlich klären? Loot. Epic Loot. iPhone, mein Lieber. iPhone, vielen, vielen Dank für den Resub. Aus dem stürmischen Norden. Komme gerade vom Strand windig, aber Sonne. Schön. Dankeschön, iPhone. Vielen lieben Dank für 10. Deine Gummizelle wird mit einer Klimaanlage ausgestattet. Vielen lieben Dank. Haltst du mit dem Skill eigentlich deine ganze Gruppe? Ja, inzwischen, ja. Ähm. Ich hab Heilung inzwischen schon auf Gruppenheilung geskillt. Also bin jetzt hier hinten, ne. Man fängt, äh, ganz normal mit magischer Heilung an. Das, äh, heilt erst mal nur mich selbst. Und hier hinten kommt dann die Gruppenheilung. Also ja, inzwischen, äh, kann ich auch die anderen zu einem, äh, zur Hälfte. Äh, des eigentlichen Heileffektes heilen. Das ist eigentlich schon ziemlich cool. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo wir, äh, jetzt eigentlich hin skillen wollen. Ich glaube, ich möchte in dem Magieblatt, Baum weitergehen. Hierzu Sturm. Sturm klingt sehr gut. Es war noch Farbe übrig. Es musste aufgebraucht werden. Aufgebraucht werden. Der Eimer war einmal angefangen. Das kann man doch so nicht stehen lassen. Hm, hm, hm. Ich mach jetzt Schlossknacken auf zwei, damit ich endlich alle Kisten aufmachen kann. Das nervt mich schon die ganze Zeit. Stase und Zweihandwaffe. Kapau! Ja, ich glaube, ich glaube dann... Ich glaube, dann, äh, One-Hitest du wirklich quasi alles. Ich finde es so schon krass, wie oft ich Stase verwenden kann. Ohne, äh, ohne... Also, das, das... Mir Mana fehlt dann auch irgendwann mal, ne? Das finde ich so krass. Oder hab ich es einer Liebsten genießen? Das darf er nicht, ne? Mit ihm. Heils it. Ach ja. Das ist schon gemein. Das macht es irgendwie sehr einfach. Ich sollte vielleicht langsamer die, die letzte Herausforderung machen, oder? Die haben wir ja auch noch offen. Die hab ich ja damals nicht geschafft. Da war ich zu schwach. Ist hier oben noch irgendwas? Wir wollen doch vermeiden, dass ich was übersehe. Das wäre ja unschön. OP-Raupe! Ja, die Arena, genau. Da fehlt mir doch noch die fünfte Herausforderung. Das war dann zu schwer. Das könnte inzwischen machbar sein. Robert Sidious. Danke für den Follower. Und Power Horse. Dankeschön. Und S-Line-Man. Oder so. Danke für die Follower. Vielen lieben Dank. Hallo, Herr Kekslieb. Eine Wunderschöne. Guten Abend. Haben wir schon Abend? Ja, es ist nach 18 Uhr. Wir haben Abend. Ich darf das sagen. Das ist okay. Wir waren hier schon mal. Das verstehe ich. Wir waren hier schon mal. Da waren die noch nicht hier. Das heißt, sie haben sich hier neuen Lieder genossen. Mit vier Grad einen haben wir nicht. Achso, nee. Ein neues Attribut hatten wir nicht. Wir hätten hier noch einen Punkt, aber da warte ich, bis ich den zweiten habe. Okay. Es ruckelt gerade ein bisschen. Hi, Pendragos. Na, aber... Hallo. Die Vorfreude steigt vor allem, Pendragos. Die Vorfreude. Don't worry. I come in peace. I only wish to speak to your leader. Oi, I'm the leader of this camp, Renekse. And whom might you be? My name is Desardé. I'm the legate of the merchant congregation. The congregation? Are those the lugate blau? The yellow eyes? It's possible, yes. We live in the city south of the island. That's right. We hold no grudge against your people. Talk. I'm listening. I have come to speak to you about your attacks against all those who take the road to Hikmet. The Lurians only got what they deserve. They have captured many of our people. We must release them. That's the price of war. If you fight, you risk men being taken prisoner. I'm not talking about warriors, Renekse. But villagers kidnapped in our villages. They mainly attack on all Menawi. Those carrying the mark of the bond like you. They capture them, and we never see them again. We don't know what they are doing to them, but we are going to release them. I see. But our merchants have no role in this. They are not warriors. So why kill them? They brought food and weapons back to our enemies. We could not let them pass. If your merchants had fled, we would not have pursued them. But they resisted. So they do it. The city of Lurians is no longer to receive food or weapons. Nothing. In that case, I'm sorry to tell you that you've failed. The road is not the only way to transport goods. Many things are transported by sea. Listen. If what you told me is true, I fully understand why you're fighting. I'm even ready to help you clear up these disappearances. As long as you spare our merchants. You no longer need to worry about it. That was our last attack. Our troops are ready. And soon we will make the Luyan pay for the harm it has brought upon us. What are you talking about? Soon the Donea Eggthregal will march together. And we will free our brothers. Let's go. Let's go. Hey. Das ist jetzt irgendwie etwas ungünstig. Bye iPhone. Genieß den Urlaub. So viel Auswahl. Ja. Ich hab grad... Danke schön Igel fürs Antworten. Zu wenig Entscheidungsmöglichkeiten. Ja. Das ist aber glaub ich grad Absicht. Das ist äh... Ich glaub das ist grad pure Absicht. Die Frage ist nur... Bitte gib mir danach noch Möglichkeiten. Please. Und ich dachte ich kann jetzt diese Quest irgendwie so weitermachen, dass ich die noch raushole. Und die Rebellen sich hier chillen. Oh man. Oh das wird nicht gut. Das... Oh das wird gar nicht gut. Oh das geht nicht gut aus. Das geht definitiv nicht gut aus. Feierabend, Wochenende, Urlaub. Yeah. Sharks Lottel. Tito. Tito. Und Hallöchen. Lass er lässig. Danke für den Follow. Lassig. Ich will not regret letting them go. They are so full of hatred for the Alliance. The Donnaya Exregal fight, as my mother did, to free our people from the Mayans. And now, they are ready for a great battle. I hope they will not end up like my clan. I have to admit that the story of this attack is concerning. We should talk to Captain Reinhild about it. We can also inform him, that the Convoys will now be running smoothly. Das geht nicht gut aus. Hi Tobi. Das geht nicht gut aus. Hm. Ich bereue jetzt schon. Hm. Oh, Mann. Ich organisiere hier überhaupt keinen Weltkrieg, ja? Das verbitte ich mir, Arma. Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts... Oh, guck mal. Blut. Blut auf vier Beinen. Oh, verdammt. Hallo. Moin. Moin. Ich bin grundsätzlich noch gar nicht in die Richtung gelaufen. Ich laufe mal ganz kurz hier nach hinten, um zu gucken, ob es hier noch was Schönes zu looten gibt oder so. Ihr wisst, die Loot-Gear treibt mich an. Hoch. Hoch. Na, Mensch. Oh, Bahnromantiker glaubt mir, das weiß ich inzwischen. Also nach gestern... Ja, sag mal. Jetzt klappt mir dieses Looten so schlecht. Gestern war er richtig fies. Und jetzt befürchtet. Und jetzt befürchtet ich schon wieder, dass durch den Angriff wieder irgendwas... Also ich meine, da wird ja definitiv was ganz Schreckliches passieren, ja? Keine Frage, wird da definitiv etwas ganz, ganz furchtbar Schreckliches... Schrecklich... Wo ist denn das hier? Hallo? Wie kommen diese ganzen Leichen hier hin? Warum ist hier Musik? Was ist denn das hier für ein Verwinkte? Verwinkte des Gedingens? Mr. Spelunke, moin, hallöchen. Ich wette, ich bin schon wieder zu früh hier. Es sollt hier noch gar nicht sein. Das könnte ich schon wieder wetten. Denken wegen meiner Begleiterin. Ja. Das... Ja. Ja. Wobei Siora zumindest nett ist. Ja, also... Alias, grüzi. Ich wüsste auch nicht. Ich müsste mal gucken, aber ich glaube, wir haben... Ne. Ich habe momentan auch keine Quest. Also ich kann nicht... Wir können ja mal gucken. Ich kann ja mal mit dir sprechen, so ist es nicht. Garant. Nö. Also ich habe auch gerade keine Option. Meinen Ruf zu ihr noch zu verbessern. Da kann ich tatsächlich nur hoffen. Ach, das ist wieder dieses andere. Diese andere Stärke, die man da braucht. Ein Fuchs. Ich würde mir folgen, ihr könntest kritisch werden. Naja. Kritisch wäre es vermutlich gewesen, wenn ich die Rebellen jetzt abgeschlachtet hätte. Das hätte sie jetzt höchstwahrscheinlich nicht so nett gefunden. Hallo? Das hätte sie dann höchstwahrscheinlich missbilligt. Ja. Ich hatte ja jetzt im Prinzip keine andere Wahl, als zu gehen. Was hätte ich denn tun sollen? Die vor ihren Augen abschlachten. Nee. 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 Noch ist es ruhig. Hick mir da im Hintergrund auch ganz friedlich alles. Nur wie lange. Hallo, Kapitän. Vier Exzellenz. Was kann ich für Sie tun? Ich habe es geschafft, die Rebellen, die die Karavans attacken haben. Es wird nicht mehr ein Problem sein. Sie haben sie eliminiert. Nein. Es war nicht notwendig. Aber Sie müssen wissen, dass dieses Grupp ist ein Teil einer viel größeren Armee. Eine Armee, die bereit ist, um zur Krieg gegen Hickmet zu gehen. Wir haben in der Krieg mit den Rebellen für lange Zeit. Nein. Sie haben nicht mit den Krieg, sondern von einem Sprech-Gehlenz. Sie wollen ihre inprisonischen Begräuen, und wollen das nichts verhindern. Das ist schrecklich. Wir müssen die Krieg vorbereiten. Wir müssen sofort ein Begräuern vorbereiten. Ich will einen Begräuern für den Kommissar. Danke, dass wir uns auf die Exzellenz. Sie haben uns eine Chance gemacht, um ihre Verwärter zu schützen. Ich weiß, dass es nicht viel ist, aber ich hoffe, dass Sie das ein Begräupten akzeptieren. Thank you, Captain. Hi, Telemany. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut finde. Irgendwie. Betty! Hi, Betty. Hi, Na. Wie spricht mein Booyabes aus? Fisch super. Hallo, war bitte. Fisch super. Ich überniebe den Krieg, als ein paar Gefangene freizulassen. Ja, ich hatte jetzt ehrlich gesagt auch gehofft, dass sie vielleicht so was sagt wie Ja, gut, dann lassen wir die mal lieber laufen oder so. Aber nein. Irgendwie hielten sie das jetzt nicht für notwendig. Das ist sehr schade. Dann werde ich mir jetzt, glaube ich, Hikmet nochmal genauer angucken, weil... Vielleicht gibt's Hikmet ja bald nicht mehr. Who knows? Ja. Ich denke mal, den Angriff werden sie überstehen. Aber man weiß es ja nicht. Hüpft mit. Schönen guten Abend, Koppandor. Und ebenfalls... Boah, ich hab hier... Mich hat eine Mücke gestochen, ey. Ich kann nicht aufhören, darauf rumzukratzen. Kennt ihr das? Wenn ihr einmal angefangen habt zu kratzen. Fatal. Natürlich, ich glaube, den können wir auseinandernehmen. Ganz entspannt. Was haben wir denn hier? Na, warte mal. Vielleicht ist das was für... Lady Siora. Ah, okay. Hat sie schon. Gut. Wenn sie das schon hat, dann... Nehmen wir das auch auseinander. So. Brauche ich gerade irgendwas? Nö, ne? Eigentlich... Oh, wir könnten... Oh! Warum hab ich den Diener nicht? Habe ich nicht noch irgendwo... Warte mal, warte mal. Ganz kurz gucken, ob wir noch ne Handwerksdings haben. Ich dachte... Beziehungsweise Handschuhe oder so. Hatten wir doch noch Handwerk plus. Ha! Was hab ich da? Ich hab extra aufgehoben. So. Dann können wir nämlich... Hallo! Äh... Das Schlimmste sind die Stiche, die erst jürgen, wenn man sie gesehen hat. Ja, tatsächlich hab ich an dem auch erst rumgemerkt, als ich das erst... Ich bin... Ich bin... Beim Händewaschen bin ich da dran gekommen. Und da hab ich den erst gemerkt. Und seitdem kann ich nicht aufhören, dran rumzukratzen. Geht's dir gut, Bleihuf? Das ist schon viel zu lange her. Das stimmt, ja. Das ist also... Ja, das ist schon wirklich ein ganzes Welchen hier. Straucheln. So, leider die hier unten kann ich noch nicht. Aber ich kann zumindest... Ähm... Einen erweiterten, verzierten Kragen jetzt. Und erweiterten Schutz. Sehr gut. Das sieht auch schon mal sehr gut aus. Dann nehmen wir da hier genau das Gleiche. Was können wir denn jetzt hier eigentlich? Stärke plus 1. Magieresistenz und Stärke. Magieresistenz und Stärke. Achso, das ist Elementarresistenz und Stärke. Magieresistenz und Stärke. Giftresistenz und Wissenschaft. Zornerzeugung und Schlossknacken. Ähm... Machen wir das mal so. Äh, das heißt aber auch für mich... Warte mal. Warte mal ganz kurz. Ich habe nämlich gedacht, dass hier noch was ist. Das heißt aber auch für mich... ...verbessern, dass wir den hier definitiv abändern jetzt. Da nehme ich nämlich jetzt Tasche und Werkzeug. Ach so, das musste ich erst abnehmen quasi, um jetzt das neue draufzuh- Ne, warte mal. Ist das jetzt drauf? Es ist drauf, oder? Ja, okay. Perissa, Fallüchen. Perfekt, die Sonne fehlt ein bisschen, aber sonst perfekt. Wir hatten heute immer mal so zwischendrin ein bisschen Sonne. Wenn es aufgekratzt ist, einfach Desinfektionsmittel. Droof. Droof. Okay, der ersetzt zeitgleich. Ich verstehe. Bad und offenes Fenster, gleich Schwimmbad? Hä? Blöde Menschen, nur weg. Mal ganz kurz ein bisschen durch verbessern. Das ist sehr schlau gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. Also es ist wirklich gut gemacht, das System. Der merkt sich, also der weiß, was du dort vorher drauf hattest und anhand dessen schlägt er dir das vor. Das ist ziemlich cool gemacht. Außer in dem Fall grad, warum nicht? Man weiß es nicht genau. Nee, er merkt sich, glaube ich, einfach nur das Letzte, oder? Es ist doch leichter, als ich dachte. Er merkt sich einfach nur das Letzte. Aber das ist fein. Also es ist okay. Sonne zwischendurch hat es geregnet. Wie das einmal natürlich zu der Zeit, als ich Feierabend hatte. Hi, Delfin. Das fette Album schon im Rucksack. Kürbisbild, Kürbisbild. So. Achso, geht mein Inventar eigentlich noch? Na, grad so. Ja, damit kommen wir schon noch ein bisschen hin. Ja, sieht das schön aus. Hick mit. Bei Nacht strahlt es so eine wundervolle Ruhe aus. Nö. Nein. Ich komme jetzt nicht closer. Ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen in der Stadt umsehen. Bevor es die eventuell nicht mehr gibt irgendwann. Büro der Anklägerin. Aha. Gehen wir einfach mal rein. Guten Tag. Die möchten doch nicht mit uns sprechen. Da gibt es bestimmt auch eine Quest. Hoch darf ich nicht? Na gut, dann gehe ich wieder raus. Was genau guckt er sich da an? Okay. Es passiert bestimmt gleich was. Nicht blinzeln. Gleich passiert was ganz Aufregendes. Nicht blinzeln. Meine Augen fangen an zu brennen. Ach, verdammt. Der kann ja nicht, wenn jemand zuschaut. Ach so. Entschuldigung. Ich gehe mal wieder. Ich gehe besser wieder. Der Arme. Das habe ich nicht gewusst. Das habe ich nicht gewusst. Na, gehen wir mal in die Grosche schenken. Das klingt doch gut. Allein dieser Vintage-Look. Guten Tag. Kriege ich was von der Suppe? Oh. 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 Ja, ich habe dich über das Kellergeschoss befragen. Was ist in der Basement? Der Tavern hat verschiedene Aktivitäten, um die Gäste zu enttäuschen. Wenn du bettet oder eine Firma zu suchen möchtest, ist das der Ort. Aber ich sehe dich mehr als ein Arena-Fighter. Bin ich richtig? Ich werde nicht bleiben. Hier gibt es also auch eine Arena. Na, holla. Oh, Entschuldigung. Direkt erst mal geschubst. Das ist aber auch gefährlich da, ne? Also für Betrunkenen ist das aber keine gute Idee, dass das so leicht erhöht ist. Das ist ja gefährlich. Die stolpern doch. Randale! So, wo darf ich hier randalieren? Wo ist die Arena? Hallo, du? Du weißt nicht, wo die Arena ist, ne? Wo ist denn das? Ich will mitmachen. Oh. Das sieht nicht aus wie die Arena. Äh. Entschuldigung. Ich. Äh. Äh. Also, ich wollte jetzt hier nicht stören, ja? Ich muss hier nur mal kurz durch. Hallo? Ist hier die Arena? Nein? Ich geh mal wieder. Hey, wo ist denn die Arena? Ach, da unten. Äh. Natürlich. Äh. Eine, äh. Eine andere Art Zweikampf. Ja, das stimmt wohl, Korbandor. Will essen kochen? Kann ich? Weil ich was verpassen könnte? Babam. Nicht die Art von Arena, die du suchst. Oh, das ist die gleiche. Oh, das ist gut. Das sind doch immer noch Totenschädel. Das kann doch nicht sein. Hä? Na, da freue ich mich aber. Oh, Mann. Hm. Let's try. Schlechter Eisbärm. Beim letzten Mal kannst du nicht laufen. Scheiße. Schlechter Eisbärm. Alter. Das gibt's doch nicht. Das ist schon wieder so übel. Vasco ist schon wieder down. Wasco ist schon wieder down. Oh, fuck. Uh, 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 uh. Alter. Das gibt's doch nicht. Let's see what you're capable of. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. I'm wounded. I need help. Oh, fuck. 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 Wenn du es nicht gesagt hättest, hätte ich es nicht gemerkt. Oh, fuck. 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 Oh, okay. Okay. Oh, fuck. Okay. Oh, fuck. 50 Mails, dass ein neues Video veröffentlicht wurde. Das heißt, da vielleicht noch ein paar Wochen warten, bis wir durch sind, bis wir alle Videos oben haben. Und dann kann man da, glaube ich, beruhigt folgen. Ansonsten bis dahin die Benachrichtigung abschalten oder so. Ich glaube, das kann man auch. Ich kann es leider von meiner Seite aus nicht. Das finde ich mega nervig. Ich hätte sehr gerne einfach generell abgeschaltet, dass benachrichtigt wird bei neuem Video. Aber das müsste ich für jedes Video einzeln abschalten. Und das ist bei der Menge, die wir momentan online schieben, nicht drin. Die landen bei mir im Spam-Ordner. Man kann auch einfach auf YouTube die Benachrichtigungen ausmachen für den entsprechenden Kanal. Mal so als Tipp. Ja. Das geht. Die Steuerung auf dem PC. Ich finde sie gut. Ich komme sehr, sehr gut damit klar. Ich muss gehen. Hm. Ein Piddy. Ich komme sehr, 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 sehr gut mit der Steuerung klar. Aber. Ja. Nö, nö. Das geht echt gut. So. Irgendwo in der Kiste habe ich. Habe ich. Habe ich. Hat er gesagt. Habe ich was Neues bekommen. Was habe ich denn bekommen? Was gab es denn jetzt Neues? Sag mal, ich hatte die falschen Handschuhe an. Toll. Raupe. Toll. Wenn du eins kannst. Hups. Jetzt habe ich schon wieder irgendwas in mein Inventar gepackt, was ich gar nicht in mein Inventar haben will. Das könnte ich mal in die Kiste packen. Das könnte ich in die Kiste packen. Das hier will ich eigentlich ausrüsten. Das kann in die Kiste. Diese Gegenstände nicht lagern. Ich habe doch aber gerade eine Belohnung bekommen, oder nicht? Ich dachte. Ein großer zerbrechlicher Haufen nichts. Ich habe da allgemein Benachrichtigungen aus, weil ich das per Mail doof finde. Ja. Ja, ich spamme da momentan halt ein bisschen, aber es lässt sich einfach nicht vermeiden. Das hört dann auch irgendwann wieder auf. Irgendwann, wenn wir fertig sind, wenn alles oben ist. Ach, hier ist es. Breitschwert des verstorbenen Königs. Boah, sieht das gut aus. Boah. Wenn ich auf zwei Handklingen Waffen skillen würde, könnte ich das benutzen. Ich habe Green Hell gespielt und ich fand es grandios. Es war grandios. Er kann sowas... Ne, sie kann sowas definitiv nicht tragen. Er auch nicht, ne? Ja, nicht kompatibel. So habe ich jetzt auch gemacht. Sehr gut. Äh, Chief Geek, danke für den Follow. Absolutes Chaos. Danke auch noch für deinen Follow, auch wenn es schon ein bisschen höher ist. Also doch, zwei Hand und Star sein. Ich weiß nicht, aber es ist schon geil, ne? Also es sieht auch... Es sieht halt wirklich gut aus, ja? Kurt könnte es tragen. Wo ist er eigentlich? Ich weiß nicht. Wo ist eigentlich Kurt? Ja? Äh. 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 Wie? Äh. Jippie. Lull? Runner? Wirklich? Oh, bitte, Vasco, deine Hilfe an. Einmal naute, immer naute. Frau Vara, schönen guten Abend. Runner, danke fürs Zwangsverflauschen von Kurt. Kurt. Wo auch immer du bist. Wer auch immer du bist. Mach's dir in deiner Kohlenzelle gemütlich. Lass dich von Runner herumführen. und dir nass es halt auch geben. Solltest du das jemals hören. Danke, Runner. Aber wieso steht der hier jetzt mal im Ernst? Wie creepy ist denn das? Wie gruselig ist denn das, bitte? Und wo ist Petrus? Es ist nur so ein bisschen gruselig, vielleicht. Das ist schon echt komisch. Glad to see you, my friend. I intend to prove to the Admiral that I fully identify as a knot once more. Without regrets. I will have to go through a test of loyalty. It will certainly be dangerous. But with your help, I am convinced that I will succeed. So, shall we go and see you? Glaube ich nicht, Runner. Glaube ich nicht. Ich denke, sie haben das einfach nicht bedacht. Ich denke, sie haben das tatsächlich einfach nicht bedacht. Nur niemand außer dir ihn zum Sterben gebracht. Peter, er hat es nie aufgefallen. Nun, Hemdlärchen. So. Bitte die Admiralin um eine Mission. Achso, können wir von hier aus reisen? Ja, rein theoretisch schon. Rein theoretisch. Hier ist Petrus. Petrus, seine Quest müssen wir dann auch echt noch machen. Auch wenn ich ihn nicht abkann. Aber wir müssen seine Quest machen. Hallo. Nein, das ist für gut. Ich habe es geschafft, Admiral. Das ist das Grund, dass ich dich gesehen habe. Du willst, dass ich dich mit einem Loyalty-Mission verabschiede bin? Ja. Sehr gut. Ein kurzer Zeit, wir haben einen unserer Schäuern nahe der Island. Die Reputation der Norts hat sich von der Norte verloren. Ich habe gehört darüber, dass es ein Incomprehensible sinken, das viele Ruhige hat. Wir können nicht die Land-Dwellers glauben, dass wir den Meer verlieren. So, I need someone to investigate and restore our reputation. At your orders, Admiral, and with pleasure. The shipwreck is stranded on the shore, southwest of the island, not far from when Xavier... Thank you, Admiral. I'm counting on you, Captain Vasco. Okay. Wir suchen also nach einem Wrack. Dafür müssen wir wieder reisen. Dann nutzen wir doch direkt diesen wunderschönen Logos. Das wurde direkt geklippt. Fassungslos. Das ist ja aber wirklich... Hier steht er aber halt nicht, ne? Also, die haben das, glaube ich, nur in der Arena vergessen. Ich glaube nur, dort haben sie es vergessen. Frontalis, danke für den Follow. So. Ah, okay. Hau dran. Feste! Feste! Immer feste drauf. Mal ein Erdrutsch. Mal ein Erdrutsch. Hai, vier. Hey. Das war's für heute. Ich finde, der erwartet uns ein richtig, richtig fieses, schweres Monster. Apropos schwere Monster. Das war doch ein neues. Nadaik Menaymen. Das war das nämlich. Hier. Dieser Nadaik hat die Gestalt eines gigantischen, vogelartigen Mannes. Mit seinen enormen Flügeln kann er sich in die Lüfte erheben. Er ist an die Berge und Gipfel gebunden. Okay. Wir können auch so ein Viech finden. Müssen wir ja rein theoretisch. Das sind die männliche Version der Hexen in Skyrim. Bisschen, ja. Stimmt. Wie kommt es hier auf die Idee, dass es da drin ist? Also, dass wir da rein müssen? Möglich, weil wir sonst nicht nach unten kommen, oder? Okay, aber bevor wir da reingehen, gehen wir natürlich erstmal hier diesen schmalen Weg hoch. Moin, Carrie. Ah, und es wird belohnt. Wow. Oh, wow. Kapott. Na, falsche Taste. Entschuldigung. Ähm. Ich glaube, das ist falsch ausgerüstet, ne? Genau. So. Noch irgendwelche Begleiter oder Städte verloren? Noch nicht. Carrie, noch nicht. Nicht. Martha, eine 아래. ich hole. Hm. Was machen wir denn nun? Hm. Ja, ach, komm. Was soll es? So, das Ding ist, das habe ich jetzt nicht mit, ne? Natürlich nicht. Natürlich legt das in der Kiste. Natürlich habe ich das abgelegt. Natürlich. Natürlich. Na gut. Noch nicht, Strauchy. Noch nicht. Also wir laufen nochmal schnell zurück zur Kiste. Ach ja, komm, wir laufen nochmal schnell zurück. Was soll es? Ich will mein neues Schwert ausprobieren. Ich will mein neues Schwert ausprobieren. Muss Schwert testen. Dad, liebe Alalaika. Danke für den Follower. Alalaika. Alalaika. Ich will irgendwie immer Paul statt Kurt sagen. Wer ist eigentlich Paul. Wer ist eigentlich Paul? Ich will eigentlich Paul. Oh. Typ, 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 typ. Ich bin so aufgeregt. Na, mal gucken, ob das läuft, wie ich mich damit schlage. Boah, ist das langsam. Okay, daran werde ich mich gewöhnen müssen. Na, hoffentlich schlägst du nur die anderen. Nun, aus Versehen einen der Begleiter getroffen. Ups. Matsch. Hi, Salty Mike. Tag, mein Lieber. So, ich bin ja echt gespannt. Also, gemeinsam mit Stase müsste das wirklich... Das müsste richtig übel wehtun. Nee, Gott sei Dank nicht, Koraiko. Zum Glück nicht. Ja, mir ist das normalerweise auch zu langsam, Bahnromantiker. Ich gehe gerade für mich selbst, also für mein, für mein normales, äh... Ich, ich verlasse gerade meine Komfortzone damit, ne. Normalerweise, ähm... Sind mir zwei an Waffen auch zu langsam. Aber mal gucken. Mal schauen, wie sie es spielt. Okay. 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 Das hier ist schon so ein bisschen creepy. Hallo. Na ihr? Denkt ihr, ich sehe euch nicht? Das ist halt echt langsam. Das ist halt definitiv super langsam. Ob du damit mal zuschlägst. Aber es macht gut Schaden. Und je mehr du es trainierst, desto schneller wirst du ja. Also das hat man ja gesehen. Es gibt Punkte, die deine Geschwindigkeit erhöhen. Das ist dann natürlich interessant. Müssen wir mal gucken, wenn das hochgeskillt ist. Ob das dann vielleicht einen ganzen Zacken schneller ist. Oder ob das nur so marginal ist. Ich sag doch. Also jetzt mal im Ernst. Wenn sie eins können, dann Atmosphäre. Hi Andres. Das geht mir sehr gut, danke der Nachfrage. Ich hoffe, dir auch. Lag da einer neben dem Durchgang? Äh. Er. Er. Da liegt einer. Stase, hä? Kann der zwei hinter so lahm sein, wie er will? Oder so ähnlich. Hier liegt ja auch einer. Der schläft nur. Dem geht's gut. Der schläft nur. Der ruht sich nur kurz aus. Zumal morgen Feiertag ist. Ja, ne? Moment. Entschuldigung. Aber das ist halt gerade einfach so gut. Das ist gerade einfach so brillant. Das sieht so gut aus. Dem geht's auch gut. Der. Das ist auch eine völlig normale Körperhaltung. Die er dort eingenommen hat. Hm. Käppchen ist früchig geköchelt. Ich weiß nicht, dass man keine Fotos machen kann. F12. Screenshot. Ganz normal. Bad Romantik. Andererseits, ich finde das Spiel sehr, sehr gut. Ich finde es sehr, 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 sehr toll. Ein paar kleine Kritikpunkte, aber eben kleine. Oh, da. Guck mal da. Wir kennen diese Form von Nadaik. Das ist ein... Und das habe ich mir schon fast gedacht. Hier. Das ist doch wieder... Ist das ein Nadaik Glenderman wieder? Na klar. Natürlich. Hallo, Einstein. Na klar. Ist das wieder so einer? Ja. Ein Stein da. Alles gut. Mit seiner Kontaktlinse, die unter den Steinen gerollt ist. Nee. Boah. Ah, ich sehe das gut aus. Guck, der mag gerade aus. Ah, okay, das ist natürlich schlecht. Wenn ich das abschalte, sehe ich auch absolut nicht mehr, was ich einsammle und so. Ja, na gut. Das ist ungünstig, das will ich schon wissen. Aber es ist grundsätzlich gut gemacht, ne? Also, dass man auch sagen kann, man will überhaupt keinen, so ganz und gar keinen Interface, wenn man erkundet. Oder im Kampf, kannst du ja komplett abschalten. Also, du suchst mir dann, hast du über ihn gestolpert? Nee. Habt ihr da schon gesehen in der Ecke, wie er da in der Ecke hockt? Ob das was in der Ecke ist, aber es wird für alles ein, das stimmt. Nur hast du gehört, dass ich Spielen auf 40 Stunden haben soll? Stimmt das? Das kommt, glaube ich, immer drauf an, wie schnell man spielt. Anderes. Ich werde höchstwahrscheinlich länger brauchen. Würde ich vermuten, dass ich länger brauche. Ich brauche meist länger, weil ich sehr genau bin, eigentlich grundsätzlich alles absuche und so. Aber es kommt natürlich drauf an, wie man spielt. Wenn man natürlich nur Main-Story rusht und so, dann... Naja. Was halt immer ist. Assassin's Creed nur die Main-Story spielt, bist du auch schnell durch. Hallo. Na du? Komm mit, komm. Komm mal hier raus. Los. Hallo. Nee, nicht da drinnen. Das ist doch viel zu enge da. Das ist doch doof. Das ist doch blöde da. Bis so? Alter, hör mal auf jetzt! Ow! oh du hast dir doch diverse nebenquests erspart ja aber nicht bewusst scary darauf anlegt wir uns gerne auch in unter einer stunde durchspielen aber wer will der schon das ist richtig macht schon gut schaden das teil definitiv definitiv so das schöne ist wir können ja auch gleich ein bisschen verbessern schaden plus zehn prozent nötig nehmen wir doch mit und dann können wir wieder einen talentpunkt vergeben und Ahem. Normal. Andres. Schwierigkeitsgrad normal. Es hat vier Schwierigkeitsgrade. Es gibt noch leicht und noch zwei schwerere Schwierigkeitsgrade. Ich glaube, wir geben mal ein bisschen Aufwildenskraft. Wie ist es mal ein bisschen? Ich denke, dass ich hier mal was Besseres tragen kann. Das nervt mich immer die ganze Zeit. Wir haben so tolle Halsketten. Ich kann sie nicht tragen, weil mir Willenskraft immer fehlt. So, da war er wieder Matsch. So. Tagebuch des Hauptmanns der Ori Flam. Endlich ist es uns gelungen, die uns anvertrauten Kreaturen an Bord zu bringen, nachdem wir ihnen die Tränke der Alchemisten gegeben hatten. Die größte von ihnen ist furchterregend, selbst wenn sie schläft. Ich habe veranlasst, dass sie angekettet und in einen Käfig gesperrt wird. Heute Nacht setzen wir die Segel. Das Wetter ist ruhig, die Überfahrt sollte ereignislos sein. Die Besatzung beklagt sich über die Anwesenheit dieser Kreaturen an Bord. Die größte von ihnen begann sich wieder zu bewegen, trotz allem, was wir ihr verabreicht haben. Die gigantische Bestie ist aufgewacht. Sie schreit vor Wut. Unter diesen Bedingungen werden wir es niemals zurück zum Kontinent schaffen. Wir kehren zur Insel zurück und hoffen, dass der Käfig bis dahin hält. Die Bestie ist so unruhig und bewegt sich so sehr, dass wir kaum segeln können. Wir können die Küste vom Ausguck aus schon sehen. Ich hoffe, dass wir es rechtzeitig dorthin schaffen, bevor die Bestie... weil es so aussieht, dass du sehr viel Leben verlierst. Ich kriege Gutschaden, ja, wenn ich getroffen werde. Jep. Na dann, bewegen wir uns mal zurück. Was ist denn hier noch? Ist da noch was? Nee, das ist hier irgendwie diese Kante. Nö. Okay. Also die schwereren Gegner hier, so die Minibosse und so, die sind schon knackig. Also man sollte sich nicht treffen lassen. Wenn es geht. Also es gibt einige Gegner, da vertrage ich momentan. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie man geskillt ist, ne? Wenn man zum Beispiel stärker auf Ausdauer geskillt ist. Da hat man ja auch mehr Lebenspunkte, bessere Rüstung und so weiter, ja. Also es ist ein bisschen davon abhängig. Aber es gibt Bosse, da vertrage ich, wenn es... mit viel Glück einen Hit. So. Und wenn ich mich dann nicht wieder hochheile, dann natzt mich der zweite Treffer weg. Ist halt vorbei. Das ist schon... gut so. Man weicht viel aus. Definitiv. Es gibt auch leichte Gegner, ne? Also die, die jetzt hier zum Beispiel rumlagen, das sind halt einfache Gegner. Die sind nicht so schwierig, die machen auch nicht so viel Schaden, aber... ja, es gibt halt auch andere. Kazuya, hallöchen, hi. Dann berichten wir dem Admiral mal, was wir rausgefunden haben. Und wir haben auch, äh... definitiv... uns, äh, den Respekt verdient und uns loyal gezeigt. Denn wir haben dieses Monster geköpft. Kannst du dich nicht teleportieren? Doch, von bestimmten Stellen aus, ja. Jaja, also du kannst dich von... Du hast, äh, immer wieder auf den Maps hast du so Lager, ne? Hier so, so kleine Lager, die du setzen kannst. Hier hab ich eins, da hab ich eins, dort ist eins. Ähm, da ist ein Reisepunkt, da ist ein Reisepunkt, da ist ein Reisepunkt. Also es gibt genügend, äh, Stellen, oh, von denen man ausreisen kann. So ist es nicht. Ja, keine Sorge. Ähm, das Ding ist, dass ich es nicht immer benutze. Oder ich dann eben auch einfach mal noch ein Stück laufe, bis zum nächsten oder so. Um vielleicht noch, äh, ein, zwei Loot-Objekte mitzunehmen, ein bisschen Erfahrungspunkte mitzunehmen. Aber hier hätte ich jetzt eh zurücklaufen müssen, ne? Also hier hinten gab's jetzt keinen. Ich hätte, äh, sowieso ein Minimum bis hier herlaufen müssen. Aber man läuft relativ schnell, von dem her geht das. Ich finde das so viel. So. Nehmen wir das ja noch mit. Reisen. Zurück, äh, zum Hafenviertel. Ja, Petrus, ich weiß, du hast noch eine Quest für mich. Ha, Petrus wartet schon so lange. Man könnte ja auch die, die Landschaft genießen. Ja. Deswegen. Ich, ich mag's auch einfach manchmal zu laufen. Ich hab dich nicht geregelt. Ich habe das für mich geführt. Ich konnte es nicht. Ich kann es nicht. Ich habe dieses ganze Zitter. Schriegel. Der Uruguiste ist. Ein enormes Wouter. Er kriegt eine Wände in die Hüll. Und gerade wegen der Schügel. Wir bekleiden die Schügel. Nur die Ärgübende, Sie sehen, Vasko. Wir werden sie nicht vergessen. Hast du etwas gefunden? Der Kapitän sagt die Geschichte von der Spannung, von der Spannung zu der Spannung. Danke, Vasko. Es scheint, dass die Potionen der Allianz uns einmal mehr verletzt haben. Und wir werden niemals von diesen Spannungen transportieren. Sie sind zu gefährlich für unsere Spannungen. Unsere Ehre ist sicher, dank dir. Sie haben ihre Loyalität gezeigt. Und Sie haben meine Hoffnung. Was Sie für uns alle erreicht haben, ist ein Teil Ihrer Geschichte, Vasko. Ich bin sehr dankbar für Sie, Admiral. Aber ich möchte etwas fragen. Eine Frage? Speak, Kapitän. Wie Sie wissen, das Sardé war Seaborn, obwohl sie uns entfernt haben. Ich weiß, dass Sie mich auf diese Aufgabe gestellt haben, damit ich mich auf meine eigene Konsequenze. Aber ich glaube, dass Sie auch, das Sardé machen würde, dass Sie uns einig machen würden. Nachdem Sie sich auf den Norden verletzen, dass Sie nicht wertvoll und respektvoll von den Norden sind, vielleicht ist es Zeit, dass Sie offiziell bezeichnen, dass Sie meine Kompagnen zu erkennen können. Wenn das Sardé so will, dann wäre ich glücklich, dass Sie uns ein Mitglied zu unserer Familie. Wutala, Hallöchen! Oder Wutala? Ich habe mich so oft verlaufen, dass ich, obwohl ich mit ihr angefangen habe, schon Level 27 war, als du noch 11 warst. Laufen hat definitiv was Gutes. Nam Chang's Ei. Ladescreen dieser Händler auf langen Reisen einzublenden. Wollen wir Naute sein? Hat das Nachteile für uns? Können wir Naute sein und später noch etwas anderes? So viele Fragen! Go for it! Tattoo! Das tut er weh! Aua! Oh Mann! Ich krieg jetzt Dreck ins Gesicht. Was ist da los? Was ist da los? Das war's mit dem schönen Gesicht. Ja! Oh Mann! Krieg ich nur was Leichtes? Nur was ganz Leichtes? Ich hab jetzt ein Bart, quasi. Ich... Also... Ich hab jetzt quasi ein Bart, quasi. Ich hab jetzt einen Bart. Also... Schön! G- Ha! Ha! Hübsch! Gut! Es ist ja, äh, toll! Danke! Ich bin glücklich zu sehen, mein Freund. Kann ich dir nichts tun? Kann ich nichts für dich tun? Ah, ist das schön! Flauschrober ist es noch flauschiger geworden. Das hätte Kurt sicher eh nicht gefallen. Höchstwahrscheinlich, ja. Blue-Eye! Kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, als ich in meine Gummizelle gezogen bin. Aber es ist schon fünf Monate hier, als du eingezogen bist. Blue-Eye, vielen lieben Dank für fünf Monate. Nimm dir einen wichtigen privaten Gegenstand mit einer Gummizelle, damit er sich etwas heimlicher anfühlt. Dankeschön! Malst du dir den beim nächsten Stream auf? Ich weiß nicht, ihr... Schick! Ähm... Ob er je etwas von seiner Familie gehört hat, was er von seinem Bruder dachte. Wir fragen, was er... Ob er von seiner Familie gehört hat. Es ist vier Monate her, Arendto. Entschuldige, bitte. Verzeih. Ich glaube nicht, dass ihn das interessiert, oder? Huh? Ich weiß nicht, deine Familie sehr gut. Aber ich könnte versuchen, dich zu erzählen, wenn du sie möchtest. Ich würde sie lieben, wenn du sie möchtest. Aber ich glaube, dass sie hören, dass sie nur wieder öffnen alten Wurden. Du bist eine gute Person, De Sardé. Und ich bin mit deinem Bezigerst. Du willst noch etwas anderes? Was denkst du von deinem Bruder? Ich bin mit ihm in solchen Situationen. Ich habe höchste Bezigerst für diesen Bezigerst. Ich hatte höchste Bezigerst für diesen Bezigerst. Ich war naively hoping für einen emotionalen Bezigerst. Und ich habe mich in fronte von einem conceitig und selten Idiot. Kann ich noch sagen? Nein! Ich habe nicht mehr, dass Sie mich an weiterer Machen sind. Nein. Ja, genau. At least this regrettable adventure allowed me to find out who I am. Thank you for your help. You were very patient with me. Did you want anything else? What do the Noughts' tattoos mean? The first tattoo we get indicates whether we're seaborne or sea-given. The rest of them tell our story. They tell of everything we've been through. Our rank, but also the storms we've sailed through. I don't know. What do you mean? That I am a sea-given. That I sailed through a hurricane when I was with a simple sailor. That I performed several voyages as a captain without losing a single man. Does my entire curriculum really interest you? It's important to me that I get to know you better. I'm flattered. But there are other ways to do so than questioning me, you know. Did you want anything else? Nehmt ihr mir das übel, dass ich mit ihm spreche? Ne, ne, bei mir nicht. Also ich hab das nicht, aber sie. Wincomana. Ich wurde ja nicht der See gegeben oder auf der See geboren. Ich darf das nicht tragen, weißt du? Now that the Admiral has forgiven you, do you intend to set sail again? Without a doubt, but do not worry. I will not leave you before I find out where our story leads. I would understand if you preferred to leave. But I would miss you. That's a certainty. I will miss you too. But we're not saying goodbye yet, are we? Did you want anything else? Der ist halt wie so ein Klotz dann immer. Noch irgendwas? Wink mit dem Zaufer. Ja, 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 ist doch gut. Ich bin nicht so glücklich. 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 Bahnt sich da was an? Vielleicht? Vielleicht? Na ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Jetzt wo Kurt weg ist, ist meine Auswahl auch begrenzter. Achso. Äh? Das ist schwierig. Rasur. Schöne Clipbezeichen. Hallo, Gardes. Was ist denn das für ein Clip? Das ist ein alter, oder? Witcher. 4 Tage sind seit der Rasur vergangen. Das weiß ich. Ehrlich gesagt. Kann eigentlich gar nicht so viel sein. Oh. Ah. 3. Ich war gerade voll erschrocken, als plötzlich die Hand ins Bild kam. Ah. Ah, schön. Ja, wir haben Pärchentituts. Genau. Das verbindet. Wie viele Nebenmissionen gibt es denn? Keine Ahnung, Andres. Ich weiß es nicht. Also die, wo ich hier so ein grüner oder so ein anderer, also das sind, glaube ich, bisher alle. Das Ding ist, dass man das relativ schlecht sieht, weil in diesen Nebenmissionen, ja, also da sind ganz, da sind halt ganz, ganz viele Steps immer drin, ja, also du, das ist nicht einfach, mach dies und dann kommt die nächste, sondern da sind ganz, ganz viele, ähm, Quests innerhalb der Quests. Das ist also schwierig, zu sagen, so, mal abgesehen davon, dass ich ja noch nicht alle Nebenquests habe, also habe ich auch keine Ahnung, wie viele es gibt. So, jetzt wäre die Frage, guck mal hier. Wir waren in Magasvar, waren wir schon, aber da fehlen mir noch zwei Lager. Wollen wir vielleicht einfach mal in die Region zurück? Magasvar. Wo ist Magasvar? Magasvar. Wir haben doch sowieso eine Quest für das Expeditionslager der Gelehrten, aber das ist, glaube ich, gefährlich. Magasvar Südstraße. Ach, keine Ahnung, da einfach mal hin, wir gucken, was passiert. Die mit X sind gescheitert, ja. Oder konnte ich dann halt nicht mehr machen, weil irgendwas Schreckliches passiert ist. Will ich doch gar nicht. Das sieht so gut aus. Ähm, hi Lucia. Und ja, hat er, aber ich lade dann nicht. Also ich, ich, äh, tatsächlich habe ich mir einfach angewöhnt, dann mit den Konsequenzen in solchen Spielen zu leben. Aber, ja, hat er. Und, ja, das war sehr bitter. Und ja, das kam sehr plötzlich. Und, ja, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Und, uff. Uff. Hallo. Oh. Ich bin so schade. Spät reagiert. Oh. Hey, jetzt ist aber auch mal wieder gut. Ja, das lief etwas ungünstig. Es gibt je nach Entscheidung ganz andere. Ja, eben. Deswegen, also das ist halt ein Spiel, das kann man halt, äh, wirklich, wirklich, wirklich mehrfach durchspielen. Ach, das ist hier wieder der Sumpf, ne? Passiert jedemal. Ja, eben. Ja, das, sowas kann schon mal vorkommen. Das war ja auch keine Absicht. Ja, das, was Strauchy sagt, tatsächlich. Also, ich möchte grundsätzlich, ähm, darum würde ich, würde ich bitten, tatsächlich. Normalerweise möchte ich nicht wissen, was passiert wäre, hätte ich anders irgendwo gehandelt. Äh, ganz einfach aus dem, aus dem ganz simplen Grund, dass, äh, das natürlich einem dann ein bisschen den Wiederspiel wert nimmt, wenn man dann weiß, was denn sonst passiert wäre. Deswegen da ein bisschen. Oh. Äh, das war, hoch, das war keine Absicht. Entschuldige bitte. Es gibt ja aber leider kein New Game Plus. Ich spiele es halt einfach auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Nicht jedes Spiel braucht ein New Game Plus. Und vielleicht kommt es ja noch irgendwann. Vielleicht lieben sie es, äh, na, vielleicht auch nicht. Finde ich jetzt nicht so schlimm, dass es fehlt. Aber ich spiele auch normalerweise kein New Game Plus von dem her. Hallo, Ingo! Hm. Das Spiel würde es sich doch lohnen. Ja, mit Sicherheit, keine Frage, aber kleines Studio. Also die haben halt einfach wirklich begrenzte, begrenzte Ressourcen und Mittel und so. Und da, ähm, muss man natürlich ein bisschen schauen, wie man das macht. Na hä? Stehe ich jetzt hier echt vor einer Wand, das ist aber jetzt sehr unfair. Oh man! Ja, morgen ist Feiertag, Gardis. Und deswegen, ja, mal gucken, wie lange. Bis ich müde bin. Ja, hier würde definitiv New Game Plus passen. Definitiv würde das gut passen. Ähm, wird aber okay, weil das Timing echt blöd war. Ja, das war halt echt dumm, ne? Also ich dachte mir dann halt, äh, ich habe vorher ganz, ganz doll viele Nebenquests gemacht. Und dann dachte ich mir, naja, jetzt machst du mal wieder. Ich will auch das hier jetzt eigentlich nicht machen. Ich will da eigentlich, kann man, kann ich das irgendwie umgehen? Ich will hier eigentlich dran vorbei. Ich muss wieder nach unten laufen. Pass mal auf, ich gehe da hin und dann, äh, zum Lager des Steinbogens. Aber ich möchte gerade nicht aus Versehen Main Quest machen. Ich will nur dieses Gebiet hier fertig erkunden. That's it. Mehr will ich da gar nicht machen. Das Spiel verträgt kein New Game Plus. Die Gegner skalieren nicht. Ja, das, das stimmt schon. Ja, nach aktuellem Stand wäre das nicht so. Aber es würde rein theoretisch aufgrund des enorm hohen Wiederspielwerts halt Sinn machen. Egel, weißt du? Hm. Also da wäre natürlich noch einiges zu tun. Für New Game Plus. So, warte mal. Lager des Steinbogens. Und jetzt da nach oben. Hallo. Kannst du dich doch von überall her teleportieren? Musst nicht erst zum Lager laufen. Wie kommst du auf die Idee, dass das gehen würde? Das wäre mir neu. Nö. Nö. Das geht nicht. Vermutlich wüsste ich bei der Masse der Entscheidung gar nicht mehr, wie ich bei manchen entschieden habe. Tipp. Einfach laut erzählen, aber nix tippseln. Genau. Das ist voll die gute Idee, Ilia. Ganz genau so macht man das. Will ich da rüber... Ach, da war ja das da. Können wir... Hat sich da vielleicht was geändert? Achso. Was war das denn? Was ist denn das für ein Geräusch? Das ist halt... Manchmal sieht das hier so leer aus, ne? Aber da kommen halt später... Da sind halt definitiv noch Quests. Die ich halt einfach momentan noch nicht hab. Oder auch nie haben werde. Das ist ja auch das Schlimme. Das kann halt auch sein, ich hab die nie. Die fassen den Kurs dazu. So, hier außen rundherum. Und dann irgendwie... Hä? Auch nicht richtig? Äh... Irgendwie muss ich doch da hinkommen. Hä? Da lang, oder wie? Ob es sich für dich lohnt, kann ich nicht beurteilen, Andres. Ich finde... Ich kann nur sagen, wie ich das Spiel finde. Und ich finde, es ist grandios. Guck doch mal, wie schön das schon wieder aussieht. Oh, mit dem großen Baum da... So, was haben wir denn jetzt hier? Was ist denn jetzt hier schon wieder kaputt? Warum ist denn jetzt hier schon wieder Eis kaputt? Ich bin ein bisschen auf meinem Blades. Dann, lass uns gehen! Ah! 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 Also bisher komme ich mit der langsamen Waffe ganz gut klar. Es nimmt aber definitiv beim Kampf die Geschwindigkeit raus. Das ist halt alles etwas behäbiger. Behäbisch. Ich hätte gedacht, ich hätte mehr Probleme damit. Carl! Carl, danke für den Reset. Danke für 26 Monate im Kupon. Du bekommst einen riesigen, unvergleichlich großen, vorsichtserbrechlichen Haufen nichts. Vielen, vielen Dank. Carl! Dankeschön! Hi Game Cookie! Schlag schon schauen kann, wo ich danach hinrennen muss. Das stimmt wohl. Wir gehen das mal noch ganz kurz hier hoch. Carl! Carl! Das ist halt alt und langsam. Das ist okay, Igel. Warum liegen hier überall Leichen? Was ist denn hier das Problem? Jetzt kommen wir dann noch nach oben. Jetzt setzen wir hier erstmal ein Lager. Lager! Andres, danke für den Follow. Oh, was sieht das schön aus. Was ist denn ein schöner Bau? Ein schöner, großer Bau. Gepanzerte Majorenstiefel. Gepanzerte Majorenstiefel. Große Duell-Flamm-Berge der Ehre. Naja, alles nicht sonderlich interessant, aber... Das wäre was für Kurt gewesen. Was soll das denn heißen, Igel? Hallo? Äh. Äh. Okay. Sie waren sich, glaube ich, gerade nicht einig, wer wohin geht. Danke, danke. Andres, danke. So. Oh, wow. Na toll. Na toll. Was liegen die denn hier faul rum? Könnt ihr mal bitte diesen Haufen hier wegräumen? Ich will da durch. Habe ich mal Elex gespielt? Oh, ja. Oh, ja. Und wie ich Elex gespielt habe. Hallo, Boslin. Aber hallo, habe ich Elex gespielt. Ja. Ich bin generell ein Freund der Piranha-Bites-Spiele. Hast du es durch? Ja. Also dazu muss man aber sagen, ich habe es einmal durchgespielt. Also ich habe es nicht hier mit unterschiedlichen oder mit allen Fraktionen durchgespielt. Ich habe es einmal durchgespielt. Boslin, na, wie geht's dir? Alles schick? Einmal reicht doch. Ja, ich wollte es ja nur, ich wollte es nur gesagt haben, ne. Also es ist ja immer. Es gibt ja Leute, für die es durchspielen von dem Spiel nur, wenn du alles, alles, alles gesehen hast. Es gibt so Leute. Vorher ist nicht durchgespielt. Angeguckt. Äh, als was? Ich habe, äh, aufgrund der Tatsache, dass ich Fernkämpfer spielen wollte und, äh, mit Bogen habe ich als, äh, na hier, die Waldknuddler. Als Baumknuddler gespielt. Ach, Mann, zu spät. Ich, manchmal renne ich einfach und vergesse, dass ich dann aber die Taste nicht richtig drücken darf. Berserker, genau. Gut soweit, warte gerade in Köln auf den Zug. 40 Minuten Verspätung. Oh, holy boy. Wenigstens WLAN am, äh, am Bahnhof. Das wäre ja wohl das Mindeste. Bei mir ist alles super. Wochenende, langes Wochenende. Die Mech steht an. Vorfreude steigt immer mehr. Bist du der Westliche? Na, mir geht es echt gut. Mir geht es sehr gut. Samstag geht es noch schnell zum Friseur, bevor ich losfahre. Ich fahre heute. Ich fahre heute. Ich fürchte, meine mobilen Daten leiden. Oh Gott, nein. Nein, nein, nein. Wie furchtbar. Wie furchtbar. Ich würde mich das wohl auch anschauen. Kurz entschlossen nennt man sowas wohl. Ach, Gart ist noch kurz entschlossen. Alles hier bucht schnell. Hast du echt noch ein Zimmer bekommen? Also, ich habe da bei einigen gelesen, die so kurz entschlossen jetzt echt Schwierigkeiten hatten. 48 Euro in Erfurt, nein, ist der super. Dann ist doch, dann ist doch perfekt. Ist der top? Das klingt doch gut. Entscheidung, Konsequenzen oder Beziehungen? Ja, ich auch. Ich mag das sehr gerne. Ich mag das sehr, sehr, sehr gerne. Äh... Oh, Vorsicht. Hier geht es zur Mainquest. Vorsicht, Raupe. Du bewegst dich in die falsche Richtung. Halt. Raritätenkabinett. Habe ich gerade bekommen. Errungenschaft. So, jetzt müssen wir da wieder hoch und dann rechts rum. Ich werde hier gerade nur das Gebiet erkunden, quasi. Nicht, aber die Quest machen. Kommt halt immer drauf an, was man von einem Hotel erwartet. Das stimmt. Vermutlich sind 48 Euro für das Hotel Gästehaus etwas viel, aber besser als 20 Kilometer fahren müssen. Oh. Klar. Und absolut Schenks. Ja, das kommt halt auch immer drauf an, was man so... Also, was man haben will, was man erwartet einfach. Was einfach nur eine Unterkunft sein soll für die Nacht, oder? Schon ein bisschen was anderes. Ich gönne mir bei so Kurztrips immer. Gebe ich ganz ehrlich und offen zu. Wir fahren so selten irgendwie weg. Und da gönne ich mir das schon gern mal. Kippen genauso. Ja. Raupensuite. Na nee, keine Suite. Schon normales Doppelzimmer. Aber, äh... Aber halt schon besser. Auch entsprechend teuer halt. Achso, nee, warte mal. Hier komme ich ja gar nicht weiter. Na, aber wie kommt man denn dann überhaupt hier weiter? Vermutlich nur, indem man die Quest macht, oder? Na, dann... Kann ich aber hier jetzt auch nicht weitermachen. Na, macht Mike. Hallöchen. Äh, ich finde das Game toll. Ich mag es sehr, sehr, sehr gerne. Vielleicht sollten wir das mal klippen, wenn ich das sage, oder? Wenn ich... Also, so eine Zusammenfassung... Ich sag das so oft. Ich mag es sehr gern. Äh, ich finde die Atmosphäre grandios. Äh, trotz seiner kleinen Fehler ist es ein tolles Spiel. Vor allem, wenn man bedenkt, äh, dass da ein relativ kleines Entwicklerstudio dahinter steckt. Und, äh, die Synchro ist toll. Die Storylines sind sehr, sehr, sehr spannend. Manchmal auch sehr schockierend plötzlich. Äh, ja, es ist ein tolles Spiel. Spieler runterladen können, aber spielen kannst du es zum Beispiel erst am 17. Januar 2020. Aber du kannst es schon runterladen? Das ist unwahrscheinlich. Ja, genau, macht Mike. Das ist halt nicht viel für die Größe. Aber wieso kannst du es denn nicht... Das ist ja strange. Welches Spiel denn? Also, es ist halt nicht. Auf der Switch. Oh, okay. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Aber das ist natürlich komisch. Ja, das ist definitiv komisch. Finde ich. Mal ganz kurz. Ich habe gerade gesehen, dass wir da doch tatsächlich etwas haben, das nicht verbessert ist. Nee, da kriege ich meine Handschuhe. Das kannst du gleich mal abessen. Aber hier können wir ja mal... Gut. Haben wir die mal noch verbessert? Schnell. Ganz kurz durchgucken, ob wir hier irgendwie vielleicht... Die sind ja auch nicht besser als seine. Oh ja, gerne. Ich glaube, ich mache ein kurzes, kurzes Päuschen. Ich müsste sowieso mal... So kleine Schrauben. Vergleichst du es mit The Witcher oder anderen Rollenspielen? Story und Kämpfe und so. Ähm, ich vergleiche es gern... Also ich finde, für mich ist das eine Mischung aus Gothic beziehungsweise Risen, also den Piranha-Bites-Spielen und Dragon Age so ein bisschen. Mit einem Dragon Age-Einschlag. Ähm... Mit Witcher oder so würde ich es jetzt nicht unbedingt... Nicht groß in Verbindung bringen. Jetzt mal bis auf vielleicht die Fragezeichen auf der Map, aber... Äh... Ja. Mich stört es nicht. Kann ich ja verspielen genug Englisch, denke ich zumindest. Es ist... Die sind auch wirklich gut. Also die Synchron-Stimmen sind halt auch einfach fantastisch. Ich hätte auch gedacht, es stört mich. Also ich... Ne? Weil ich normalerweise nicht unbedingt Spiele-Spiele, äh... Wo so viel gesprochen wird, die dann englisch sind. Also nur englisch vertont. Aber es stört mich beeindruckenderweise bei dem Spiel hier kein Stück. Es fasziniert mich. Also das, äh... Hätte ich halt einfach nicht erwartet. Aber, ja. Umso besser. Das ist immer das Schöne. Umso besser. Wenn's nicht stört. So, wartet. Jetzt packe ich nur noch schnell Sachen weg, damit wir dann direkt los können, wenn ich wiederkomme. Aber ich bräuchte ein kleines Päuschen. Sonst platze ich bald. Und das will ja niemand. Das sieht so dumm aus. Okay. So. Wir machen ein klitzekleines Päuschen. Ich lasse euch kurz hier stehen. Und dann, äh... Sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. Äh... Geht, äh... Für kleine Flauschrauben. Holt euch etwas zu trinken. Hallo Nighthawks. Tut mir leid. Kleines Päuschen. Päuschen. Nur kurz. Nur ein paar Minuten. Ich beeine mich ganz doll. Ich bin in wenigen Minuten wieder da. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Ha. Nihil. Einen wunderschönen guten Tag. Andres, falls du das noch hörst, ich wünsche dir einen fantastischen Abend. Oh. Ganz kurz zum Bestrecken. Ach ja. Danke für die WBs. Ich habe mir auch frischen Kaffee organisiert. Ich schätze fast, dass ich hier wirklich erst weiterkomme, wenn wir, ähm... Wenn wir hier die Quest machen. Bevor ich aber hier die Hauptquest weitermachen will, möchte ich definitiv auch Petrus seine Quests noch machen. Deswegen... Wir sind ja gerade praktischerweise an einem Lager. Dann rufe ich doch einfach mal... die Gefährten zusammen. Petrus. Mensch. Hey, du. Ich bitte ihn noch mal, den Vorschlag zu wiederholen, dass es alle noch mal hören, aber ich weiß noch, was er machen möchte. Und zwar sehr, 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 clever. Aber ich glaube, dein Freund kann sich ein bisschen... Inexperienced in ihrer Präsenz. Und ich würde ihm ein paar, sagen wir, ...weapons. Wie kann sie sein, die ihn zu einem? Sie nicht mehr kontrollieren, San Mateus. Das ist wahr. Aber sie ist als Refugee der Verteidigung, gives her ample opportunities to manipulate your cousin's opinions. Believe me, better to confront such a woman with a full arsenal. And to what sort of weapons do you allude, Father? Dirty secrets, of course, the most deadly. Everyone has them, and the Mother Cardinal is no exception to the rule. And since she had to flee St. Matthias' Palace rather suddenly... You think she may have left a few compromising documents behind? You've caught both the hunter and the prey. Na, 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 na. Aber irre ich mich gerade? Das war doch jetzt neu, der Teil mit San Mateus, dass sie dort raus musste, oder? Wir haben doch die Quest, haben wir... Grundsätzlich die Quest hatten wir doch vorher bekommen. Wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, dann finde ich nämlich sehr geil, dass sie daran gedacht haben, dass man die Quest danach macht. Ich bin mir gerade unsicher, aber ich dachte, der Dialog war vorher etwas anders. Wir akzeptieren. Okay, ähm, jetzt ist nur die Frage, wen lasse ich da? War anders, ja, ne? Sich auf die Spielentwicklung beziehen, ja. Ähm. Ich, ähm, puh... Ich behalte mal Vasco dabei, lass Siora erst mal weg. Weil wir können jetzt selber heilen. Ähm. Ich denke, das wird so ganz gut gehen. Schätze ich. Hoffe ich. Vielleicht. Begib dich zum Dorf. Ne. Das ist doch... Ne, warte mal. Ist das richtig? Das ist doch nicht richtig. Das ist doch schon wieder... Der hat da schon wieder... Der hat schon wieder... andere Quest aktiv gesetzt, ne? Wie bösartig. Das ist ganz gefährlich. Du musst genau aufpassen, was du hier machst. Haaah. Haaah. So. Wie sieht denn jetzt überhaupt Sammathäus aus nach der... Naja. Nach dem Putsch. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Was uns hier erwartet. Die sind immer noch da. Faszinierend. Faszinierend. Darf ich einfach so rein? Okay. Das irritiert mich jetzt schon fast ein bisschen. Hm. Doch immer noch haufenweise von den Ordens-Dudes da. Hallo. Kommandant. Kommandant. Dasarde. To what do I owe this visit? We would like to inspect the Mother Cardinal's belongings. Why, of course. Would you also like a pint and a few gold coins as well? Your sarcasm is understandable, but we have reasons to question the morality of the former governess. As unpleasant as it is for us to ask for your help, we need to gather proof. Why? The old lady is finished. She's basically a refugee in your cousin's court. Unless you're afraid she will corrupt it. She still has sway, believe me. Both over there on the continent and also in your town. She continues to be held in high esteem by its inhabitants because they have always believed in her virtue. I see. And if I were to uncover any shady dealings, I'd almost pass for a liberator. I wouldn't say that delights me, but you've grasped the idea. And what's in it for you, Dasarde? I didn't take you for one of these crazy inquisitors. The Mother Cardinal now lives at my cousin's court. If she came to try and manipulate him... You'd have to put her back in her place. Ha, 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 ha. Kurt never revealed to me just how twisted you are. If I'd known, I wouldn't have been so confident. Here, take the key to a secret room we discovered in the basement. You'll find what you're looking for in there. Thank you. I will leave you to your business. Good. Das war ja einfach. So, Lan. I would have a good day. Hallo, Snow. Hallöchen. Das hat mich meine Musiklehrerin in der ersten Klasse auch immer genannt. Trosten? Ich habe mich, hallöchen. Kann ich... Darf ich hier durch? Warte mal. Ich will mal ganz kurz gucken, ob wir dahinter dürfen. Klar. Gut. Na dann. Ganz kurz gucken. Was hier oben noch so geht. Wer bist du denn? May the enlightened always keep you in his divine blessing. Good day. Ebenfalls. Wie hier alle immer irgendwo hin standen, ne? Ich darf mich hier völlig frei bewegen. Was haben wir denn hier? Notiz eines Dienstboten. Eure Eminenz. Wir haben den Raum im Keller neu arrangiert. Ganz wie ihr befohlen habt. Der Schaden, den die Gäste der Exzellenz angerichtet haben, war beträchtlich und wir mussten leider die stark verschmutzten Teppiche auswechseln. Ich hoffe, dass die neuen Teppiche nach eurem Geschmack sind. Ich habe mich wie immer darum gekümmert, dass der Schlüssel zum Raum auf eurem Schreibtisch liegt. Was ist hier der Schreibtisch? Statut da sieht aus wie Gandalf. Ja, sieht sie. Definitiv. Was ist denn hier? Also ich meine, wir haben den Schlüssel. So ist es nicht, aber grundsätzlich würde mich ja schon reizen zu wissen, was denn hier der Schreibtisch ist. Jupp, aber leider heiße ich nicht so. Sie hat sich also nie deinen Namen gemerkt und hat dich einfach Thorsten genannt. Das ist Gundolf, genau. Das ist der Bruder von Gandalf. Der unbekannte Bruder von Gandalf. Schick. Marmor. Ja. Also, ne? Wer hat? Und so. Was? Was zu essen? Was hast du denn leckeres, Bahnromantiker? Was hast du denn leckeres? Tja, nun. Also, warte mal, hier hinten könnte noch das Büro sein. Ah. Ist das ihr Schreibtisch? Naja, vermutlich hat er den Schlüssel einfach an sich genommen. Als sie das hier übernommen haben und hat ihn uns jetzt gegeben. Das ist ja okay. Geröstete Maultaschen mit Ei drüber. Das klingt gut. Das klingt grundsätzlich sehr gut. Blut. Goldmützen, Munition und eine prachtvolle Feder. Da können wir vermutlich nicht hin. Nee, natürlich nicht. Wer würde auch in eine Zelle wollen? Hallo. Ich darf hier sein. Lassen Sie mich. Aber die Häuser sind halt wirklich alle gleich aufgebaut, ne? Also so, das ist ein bisschen schade, aber sie sehen gut aus. Das ging am schnellsten, damit ich nichts verpasse. Ah, well, this is a very unique place. The smell of stupor and vice rain as its masters. You're not wrong. We should search this place. Juck, eine wunderschöne guten Abend. Danke für die Recep. Danke für sieben Monate. Du bekommst eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher und ein Sodastream für deine Gummizelle. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ist das alles in wenigen Jahren aufgebaut wurde? Ja. Ja. Sehr schnell, Egel, definitiv. Aber das sind ja eigentlich alles unterschiedliche Fraktionen. Ähm. Und dafür ist halt schon bemerkenswert, wie unfassbar ähnlich die Räume im Inneren dann sind. Oh, für Gottes sake. Also der Aufbau auch einfach. Also grundsätzlich hast du natürlich recht, ja. Aber ja. Oh, ein Schlüssel. Nee, Ohrring. Das Haus ist ein Schlüssel. Das Haus hat immer mehr No, mein Kind. These things are common in certain circles, even in Telemé, unfortunately. Cornelia may well have organized these things for others. These parties might be of use in gaining some political favor. We must find out who is involved and learn more. The earring that we found may help us with that. We could ask at the brothel if it belongs to a prostitute. We should continue searching. Perhaps we missed something. Haben alle den gleichen Architekten gehabt? Ja, davon gibt es hier vermutlich nicht viele. Das stimmt. Maupel, danke für den Follow. Könnten sie schon sein? Was ich eher meinte, dass sie von außen sehr ähnlich sein müssen. Es ist halt keine Altstadt. Okay. Ja, aber von außen sehen die Gebäude schon sehr unterschiedlich aus. Also vor allem in den unterschiedlichen Städten. Ja, das stimmt hier. Definitiv. Wenn du fertig bist, stehen die Städte eh nicht mehr. Ey. Was da wohl los war? Watt, wo siehst du denn hier Schlüpfer? Achso. Naja. Das ist ein Unterrock. Und, und. Naja, also. Naja, okay. Gut. Äh. Äh. Was haben wir hier denn noch so? Schlüssel verwenden. Oha. Das Geschäftsbuch der Mutterkardinalin Cornelia. Dieses Geschäftsbuch listet viele Darlehen auf, die von einem Geldverleiher mit dem Namen Die Elster vergeben wurden. Für jede Ausgabe gibt es eine entsprechende eingehende Geldsumme, die diese vollständig ausgleicht. Die Summen sind unglaublich hoch. Es wird hier doch nicht erwähnt, woher dieses Geld kommt. Es gibt auch viele wiederkehrende Auszahlungen an einen gewissen Zuckerstangen. Das Dokument ist sehr wichtig. Bei den Liedernernern kann man viel lernen. Die Mutterkardinalin apparently borrows large amounts von Geld von einem Geldverlehener. Actually, enormes sums. Was mehr, sie macht das so quite regularly. Wie hat sie versucht, dass sie das alles zurückgeben hat? Hm. And the name Candy Cane crops up several times. Quite suspicious, don't you think? This sweet person must be doing her huge favors to get these sums. I think we have everything we need. There is probably a connection between these pleasure parties and the account books. Let's ask a few questions. The Money Lender is well established. He can be found near the main square. As for this Candy Cane, the name doesn't ring any bells to me, but the Money Lender must know more about him. We can also go and gather information at the Coin Tavern. Perhaps the Manager knows him. Was ist denn hier los? Zuckerstange. Nun. Was ist hier in diesen kleinen Räumen noch irgendwas gibt? Nee, ne? Was ist denn das hier? Oh, nee. Geht nicht, geht nicht da runter. Hö. Hö. Oh, echt jetzt. Wie ne Litfaßsäule, ey. Kein Stück geht der zur Seite. Furchtbar. Süßland und glibrig. Schwierig? Äh. Oh. Befrage die Elster. Das wäre der Geldvoller, ja. Wo fangen wir denn an? Befrage den Wirt in seinem Matthäus. Fangen wir vielleicht einfach von oben an? Frage die Elster. Reden wir noch über Süßkram? Natürlich. Runner. Wovon denn sonst? Verstehe ich nicht die Frage. Also. Über Kekse. Mh. Kekse. So, warte, der Geldverleiher ist direkt hier irgendwo, links ums Eck. Aber vielleicht fangen wir nicht mit ihm an. Vielleicht beginnen wir wirklich beim Wirt. Fangen wir beim Wirt an. Das wäre in der Quest der Erste, den es zu befragen gilt. Was nicht heißt, dass wir dann noch alle anderen befragen können. Es wird sich zeigen. Mal gucken. Zip. So. Hallo. Der Herr. Kann ich dir was? Ich bin hier für etwas anderes. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Wenn du möchtest. Was würdest du wissen? Manchmal verbreitest du deine große Kunden. Ist das richtig? Natürlich! Die Rechte lieben sich nicht zu verabschieden. Und hast du schon jemanden aus dem Haus? Ja, das passiert. Und wer diese Rechte liebt? Ein Steward, natürlich. Kennst du nicht, wie Dinge funktionieren? Eine Frau? In einem langen, grünen Kloak? Nein, der Steward ist mehr diskreter. Auf der anderen Seite. Die Person in einem großen, grünen Kloak. Der Steward spricht manchmal zu ihr. Sie kennen uns alle zusammen. Hm. Ist das Petros Bruder? Sieht ihm sehr ähnlich, ne? Vielleicht sind sie Verwandt. Vielleicht sind sie Verwandt. Candy Cain. Everyone speaks about him, or has heard of him, but no one really knows him. And what do they say about him? Here? Nothing. You need to go downstairs for that sort of thing. To the games room and the brothel? Yes, that's more the kind of place where they talk about him. Also doch so eine Art der Zuckerstange. Do you think that the mother Cardinal may have been here? Are you drunk or something? I have to go. I will leave you to your work. Are you drunk? Können wir wirklich? Das merken wir nicht mit ihm? Also echt jetzt. Warte mal. Nochmal ganz kurz. Sekunde. Once again you are not here to support my business. Hm. I will leave you to your work. Hm. Die Regie hat mir gerade eine Zuckerstange gebracht. So, Moment. Das wäre der Buchmacher. Ich würde gerne erstmal mit dem Prostituierten sprechen wollen. Ja, ich glaube richtig. Petrus eingreifen lassen? Nee, oder? Nö, wir bezahlen ihn. Nö, 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 nö. Oh, wir können ausspielen. Naja, komm. Hallo. Mein Hübscher? Show me, pretty face. Oh. Given the way it shines, it must be a piece of junk. It probably belongs to one of the girls. It's really their style. Well, if that's all that you're here for, I'd rather get back to the grind. Trägt eine von beiden einen Ohrigen? Nur einen? Nö. Na gut, dann fangen wir mit ihr an. Ja, Runner? Na gut, ist diese Flagen? Ja, hier ist es für mich allein, meine kleinen Hübscher. Entschuldigung, Madame. Aber wir sind hier für andere Worte von Ihnen. Diese Frage vielleicht ein bisschen überraschend. Aber Sie wissen, wer dieses Ehring might belong to? Warum? Es ist mir. Ich habe es verloren. Wie hast du ihn bekommen? Du bist sicher, dass du diesen Subjekt hier möchtest? Du bist richtig. Komm mit mir. Also, was du willst? Warum hast du mir meine Ehring zurückgebracht? Du kennst wo wir es, nicht du? Obviamente. Ich habe es als ich zurückgebracht, dass ich es verloren habe. Ich denke, dein Pimp nicht weiß, dass du in diesen Partys teilnehmen. Er ist nicht in das alles. Nein, nicht sagen Sie nichts zu ihm. Ich beden Sie. Er ist auf meine Weise genug, als es ist. Dann sage ich, dass du meine Fragen stellen. Was würdest du wissen? Um... Um... Ich beden Sie uns, wer du gesehen hast, bei den Partys? Riche, oder besser. Sie sind sehr rich und wichtig zu mir. Aber ich weiß nicht. Sie wissen, wer diese Partys organisiert? Nicht wirklich, nein. Ein Stewarder pays mir wenn ich gehen, aber ich sehe niemanden, außer von den Kunden. Wir machen mal eine Eindeutung, aber sie wird das natürlich sofort. 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 Do you think that an important person from Telemé could have partaken in these soirees? You're thinking of Mother Cardinal, aren't you? You lot really think we are a bunch of degenerates. You're hardly a shining example of virtue, my child. Just answer our questions. Sorry, Father. I don't know the Mother Cardinal. But I strongly doubt she dabbles in that. You don't think you could recognize her and you don't think you've crossed paths. What a testimony. Versuchen, ein wenig mehr über sie zu erfahren. Ich hoffe, ich kann alles machen. This woman in the green coat. Could you tell me about her? She always hides her face and never joins us. Then she disappears into a little office and locks the door. I see. She is quite important, then. Admit it. You must know more than you're letting on. It's virtually impossible not to recognize someone while being so close to these influential people. Wouldn't you agree? Well, I was able to recognize someone once. Even with a mask on, I'm good at recognizing my clients. Please continue. I'm all ears. I don't want to implicate anyone. But he is of no real importance. And you've probably never even heard of him. It's the local money lender. I know very well who you're referring to, my dear. But I didn't mention anything to you. Huh? This stays between us. I don't even remember the subject of this conversation anymore. Do you know someone who goes by the name of Candy Cane? Everyone does. He is a powerful person. So his name makes the rounds. Have you ever spotted him at these pleasure parties? In all honesty, I wouldn't even be able to recognize him. I've heard his name before, but that's all. Thank you for your help. Be sure not to mention this to anyone. I'd lose my clients if they suspected me of speaking about them, you know. Okay. Wir versuchen es zu verhindern. Ähm. Ich frage mich, warum wir aus dem Wirt nicht noch irgendwas rauskriegen. Der erzählt uns ja offensichtlich nicht mehr. Will er nicht? Kann er nicht? Fehlt uns irgendwas? Muss ich hier raus? Ja. Hallo. Hallo. Ja, der hat er absolut recht. What is this arena? It's a place of great pomp and entertainment. Where all manner of fights take place. Men, women, savage beasts, island monsters. People are coming from everywhere on the island to participate. Or to bet. I imagine that the name Candy Cane rings a bell. Obviously. Even though I would prefer it wasn't the case. He's a sort of organizer. He captures most of the beasts who fight in the arena. How is that a problem? Apparently, he's fixed a few fights. These kind of rumors aren't good for my business. If that's the case, why don't you stop him? He has friends, protectors. Without solid evidence, no one will lift a finger. And the only ones who wanted to speak of his cartel have disappeared. Do you know where I could find him? He hangs out around the port at night, but I strongly advise you to stay away from the guy. I know how to look after myself. Thanks for the information. Na, das war ja zumindest schon mal. Der wusste ja schon ziemlich viel über den. Has the mother cardinal ever come here to place bets? Wieso schreit sie gerade so? Wieso schreit ihr so? So laut ist es hier doch gar nicht. So. Aber im Prinzip haben wir doch jetzt wirklich alle befragt, die wir irgendwie befragen konnten. Ich meine, hier steht zwar noch irgendwie Ausrufezeichen dran, aber weil sie es können. Vielleicht ja, wenn wir mit dem Buchmacher gesprochen haben, vielleicht haben wir da noch mehr Optionen. Hm. Mal schauen. Entschuldigung. Oder so. Nee, Bahnromantiker. Es ist einfach nur still. Im Chat. Wer seid ihr denn? Ihr seht aber jetzt nicht sonderlich nett aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir sollten da drin sehr vorsichtig sein. Der Chat schläft, Bahnromantiker. Was ist der denn für eine Stimme? Ich habe ein kleines favorit. Ich habe einen kleinen favoriten. Du hast nicht gesagt, du musst von mir. Ich komme direkt zu dem Punkt. Ich habe bad news für dich. Ich weiß über die decadent parties in der Palace. Ich weiß dass du part in sie . Und du hast viel mehr in Stich, als du. Was, wenn ich es um die Stadt spüren würde, dass du da zu sein möchtest? Du wirst wissen, was passiert, wenn die Höhle zu viel schlafen. Das ist genug. Okay, okay, ich bekomme die Message. Was willst du? Andi! Danke für die Bits. Was für ein dickes, blinkendes Herz. Danke auch schon. Oh, hast du die denn gefunden? Ich muss gestehen, ich bin begeistert von der Story. Die ist echt gut. Ja, absolut strauchig. Wieder wach. Vegatoss ist eingeschlafen. Bin da und lausche. Dimi schläft. Muss man keine eigene führen? No. Öfter mal was Neues. Reste. Das waren Reste, Andi. Lagen die im Müll? Ich danke dir. Gewürzkarton. Bup, bup. Danke für den Re-Sub. Einen wunderschönen guten Abend. Danke für 15 Monate. Du darfst Igor in deine Gummizelle bestellen. Einfach mit dem Porzellanendöffel auf den Schädel klirren. Dann kommt Igor vorbei. Nimmt deine Getränkebestellung auf. Und mit viel Glück, wenn Igor irgendwann mal Lust hat, bringt er dir, was du bestellt hast. Dankeschön. Fast. Sie sagen, fast im Müll. Bin mal aufgabt. Macht das. Äh. 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 Nein. Sie always pays me back on time. Und mit Interest. Do you think she is plundering the city funds? Ha! If that were the case, the funds would have been depleted long ago. Nah. The money's coming from elsewhere. Tell me about Candy Cane. We're not close, if that's what you want to know. I just know his name, like everyone else. I mean, there are some rumours. They say he does his business in the basement of the coin tavern. What kind of business? Oh, nothing to do with my line of business. He deals in arena fights. Which would be on me. I would advise you to keep all of this to yourself. I don't want any trouble. I will be as silent as a stone. Silent as a stone. Sein Glück. Ja, der sitzt mit seiner Stimme. Ja, ne? Ist schon knuffig. So, siehste. Jetzt können wir nämlich nochmal zurück hier. Wir hätten also doch erst zu ihm gehen können. Ich war mir halt so unsicher. Dieses Ausdruck sagt, dass sein Stammbaum eine ziemlich gerade Linie ist. Guten Abend. Hallo, Efter. Als ob der Stone still wäre. Dieser Stone nicht. Das stimmt wohl. Aber dieser Stone heißt doch längst nicht mehr Stone, Corvando. Steinracklett. Na dann, schauen wir mal, ob er uns jetzt was anderes erzählt. Schau, wer es ist. Schau, wer es ist. Ich fühle, dass du wieder einmal nicht hier bist, um mein Geschäft zu unterstützen. Besser der Stammbaum muss eine gerade Linie als ein Kreis. Ich bin ja, ich bin ja. Schau, wer es ist. Schau, wer es ist. Schau, wer es ist. Nenne ich das der Haushofmeister Zuckerstein? Nee, aber das wäre doch komisch, oder? Nee, 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 nee. Sie schreit ihn schon wieder so an. Ich weiß nicht, wo ich sie finden kann. Nein, ich weiß nicht, wie sie eine Name haben. Sie würde nicht kommen, um sie zurückzunehmen, würde sie? Nein, und ich kann wirklich sagen, wenn sie später kommen wird. Ich muss gehen. Nächste Zeit, dann. Also, wie Sie sehen, meine Kindheit? Ich denke, dass der Usurer die Geld zu dem Cardinal verdient, und sehr signifikant sums an das. Mit diesem Geld, sie bettet auf die Arena-Fights während sie in einer großen, Green-Kotest. Und sie gibt auch large amounts zu einer bestimmten Candy-Cane, known für Fixing-Fights. Nicht nur, dass unsere dear Cornelia liebte Betting-Games, aber sie auch nicht mehr denken, um zu verabschieden zu gewinnen. Vielleicht ist er nur die Frage. Wie können wir alles tun? Wir können immer versuchen, ihn zu fragen. Wer weiß, vielleicht wird uns ein Antwort geben. Korrekt, Juk. Korrekt. Open End beim Morgenfeiertag. Okay. Weil ich mir ja nicht vorstellen kann, dass der uns einfach sowas sagt. Der müsste ja nachts am Hafen abdengeln, oder? Ist doch unwahrscheinlich, dass der jetzt da ist. Vor allem eigentlich am Hafen. Wo laufe ich denn jetzt schon wieder hin? Dingel, 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 dingel. Dingel, 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 dingel. Dingel, dingel. At least not yet. Remember, my child. The bookmaker told us that he came around here at night. That's true. You were right. Let's come back later. Ich weiß doch. Aber wir können ja hier in der Zwischenzeit schon mal looten. So, na gut. Aber dann müssen wir ja doch noch mal zurück zu unserem Haus. Hier einfach warten können wir ja nicht, ne? So viele Kisten und so wenig im Winter. Ja, ne? Das ist belastend. Belastend. Entschuldigung. Puh, gerade noch so durch. Nicht mal jemanden geschubst. Hallo. Hat der mir gewunken? Der hat mir gewunken, oder? Zuhause. So. Achso, wie sieht man im Winter aus? Das geht. Dann schlafen wir bis zur Nacht. Und bewegen uns jetzt zurück. San Mateus bei Nacht. Es ist so schön. Geh, gehst du dich. Da ist nicht ganzartig. So, wie sieht man im Winter aus? Geh. Geh, geh. 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 Hallo? Bitte tun Sie mir nichts. Hallo. The famous Petrus. You seem to be very well informed. Therefore, you might be able to answer my question. What do you know about a woman in a green coat? Why would I tell you? We know that you have business with this woman. And that she is actually the Mother Cardinal. How did you... You would be better off forgetting that. That's not exactly the response I'd imagined. But nevertheless, seems rather eloquent. I told you to forget about it. Or you'll soon run into trouble. Legate or no Legate. Come on. It was just an innocent little conversation. Goodbye, Mr. Kane. Bye. And Godspeed. We have enough information. Really? Is the fact that she bets on fights that are potentially fixed enough for you? It's already a huge scandal. Let me just think about it for a little while. I will find a way of putting this information to good use. I have faith in you, Father. Okay. Na, ich weiß ja nicht. Aber zumindest wurden wir mal nicht von irgendjemand angegriffen, ne? Das fand ich jetzt schon irgendwie nett. Das war mal ne nette Abwechslung. Wir mussten niemanden töten. Ausnahmsweise. Schon ne nette Abwechslung. Es ist keinem aufgefallen. Nein. Niemand hat es gesehen. Noch. Noch. So. Jetzt gehen wir erstmal zurück nach Hause. Ah. Trautes Heim. Herrlich. So. Jetzt wäre die Frage... Nö. Wir haben nichts eingesammelt, was hier irgendwie wichtig wäre. Ja. Jemanden töten. Gleich kein Loot. Nö. Nicht gar nicht. Wir haben zumindest ein paar Kleinigkeiten eingesammelt. Das sind immer die Krux. Weniger Loot. So. Äh. Hä? Warte mal. Was ja für mich spannend ist. Haben wir denn jetzt hier in San Mateos gerade noch irgendwas? Nicht erkundet vielleicht. Nö. Das sieht alles ziemlich ausgekundschaftet aus. Bis auf das hier oben. Aber das ist okay. Haufenweise Stuff. Oder man bringt die Story weiter. Ja nun. Ja nun. Aber da habe ich gerade keine Nebenquests mehr. Sag mal. Das da kann ich nicht mal. Ich meine wir haben hier noch ein paar Regionen. Mal schauen. Wohin können wir denn reisen? Die Welt ist schon angenehm groß. Ja ja. Definitiv. Auf jeden Fall. Was ich immer nicht so richtig... Also ich habe nicht einen richtigen Überblick. Mir fehlt ein bisschen der Überblick tatsächlich über die Map. Na, hallo, Ulic. Das fehlt mir ein bisschen. Ach, Überblick. Wochenende. Herzlich willkommen, Wochenende, Ulic. Oh, guck mal, eine Quest. Na, aber hallo. Siehste? Da sagen wir doch mal hallo. Äh. Wo geht es runter? Da geht es runter, glaube ich. Eine Quest. Ist die Insel voll erkundbar? Naja, also du kannst halt immer zu so Positionen reisen. Und dann hast du halt hier so eine... So ein Bereich. Eine Map, die du halt erkunden kannst. Voll ist also relativ. Quasi eine Map von der Map. Ja. Weiter. Eine Unter-Map quasi. Abagiana. Hi. Hi. Bird Teertumada. Thank you for coming to talk to me. You are on Olmenawi. But you also look like a Lugeid Blau. Lugeid Blau? Is that what you call the congregation? Yes. Those who have yellow oys on their banner. They are coins. But to answer your question, yes. I am the Legate of the congregation. Is Legate the Ranaikse world for on Olmenawi? No. It means that I am in charge of diplomatic relationships with the other nations. So I was right. You will be able to help us. Some of your clan are preventing us from accessing one of our sacred glades. Really? Why would they do that? Several seasons ago, some men from your clan came to ask us for wood for their houses. There were some old trees in this clade, so we let them do what they wanted. At first, everything was fine. But then they cut down too many trees. So we wanted to heal the place. Plant some new trees. But they won't let us come close. Their bod irony, their warriors, are stopping us from doing so. I could investigate. Yes, please. You must tell them that they have to let us heal the glade. Ach, die sind so gut. Wirklich. Ach, ich mag die so. Ois. Das ist ein Schotter. Mapception. Nee, nee, das geht schon, Fda. Es geht schon. Geht auch ohne den Überblick so. Wo muss ich denn da jetzt hin? Ach, raus aus der Map. Okay. 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 Andere Map. Bye-bye, Ulibert. Ich wünsche dir einen fantastischen Abend. Tschüss. Loot. Noch mehr Loot. So viel Loot. Ich weiß gar nicht, wie viele Zutaten ich schon habe. Eine Million Zutaten. Ah, das ist ein neues Gebiet. Der links von dir hat mich gerade an eine Darstellung von Donkey Kong erinnert. Rechts von dir. Was? Du meinst ihn? Du meinst Petrus? Ach, du meinst Donkey Shot. Entschuldigung. Hi, Black Silvers. Ich habe Donkey und da dachte ich, Donkey Kong. Lässt du Petrus jetzt in der Gruppe? Ähm. Naja, solange wie, 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 wie. So, wobei jetzt ist vielleicht, jetzt wäre vielleicht gar nicht so schlecht zu wechseln. Wir finden hier bestimmt gleichen Lager. Dann wechsle ich, äh, auf Siora. Weil vor allem, wenn wir jetzt Quests für die Eingeborene machen, ist es, glaube ich, gut, wenn sie dabei ist. Ich glaube, das wäre ganz gut, wenn sie da ist. Uh, hallo. Alter, was. Oh. Fuck. 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 Die sind hart. Das wird spaßig. Ach. Uh. Oh. 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 Das ist schon, äh... Gut, dass ich jetzt so ordentlich Schaden mache. Das wäre hier sonst richtig haarig gewesen. Ich würde sagen, easy. Ja, es ging ganz gut. Zum Glück. Meine Güte. Wer sind die denn? Hallo? Oh. Äh. You're very isolated here. Why live so far from a village? It's a long story. Mathir, will you tell him? When I was young, I got engaged to a young man, but he wasn't my Minundanem. I thought he was, but I was wrong. And one day, I met the one I would love for all my life. As I had broken my engagement, we were exiled. So, our parents came to settle here. They built this house and we were born. There. Now you know the whole story. Do you want to know anything else? Offensichtlich nicht. I'll leave you alone. Qu'a awalem seg. Das war eine kurze Geschichte. Das war eine sehr kurze Geschichte, aber gut. Sehr schön. Lager. Perfekt. So, Petrus, du musst gehen. Siora kommt wieder mit uns. Drei verschiedene Schreibweisen für Don Quixote. Warte mal, wenn wir mit ihr hierher kommen, kriegen wir vielleicht noch ein bisschen mehr Informationen. Wo ist sie denn jetzt? Hallo? Begleiter vielleicht? Möchtet ihr möglicherweise? Nö. Ändert auch nix. Gut. Hätte ja sein können, dass da irgendwie noch was kommt. Ja. Ich soll nach da. Äh. Sieht es, Atlas. Sieht es. Ja. Das, äh, haben wir auch schon festgestellt. Als wir es bekamen. Oh, was für ein wunderschöner Wald. Ist das herrlich. 30 Stunden, noch lange nicht alles gesehen. Ich finde es ein sehr cooles Game. Keine unbekannten Pülze. Äh. Holzfällerei. Alter, die haben das komplett verbarrikadiert, das Ding. Zu viele Baumstümpfe. Wer da mal weiß. Ja, stimmt schon. Äftel. Aber ich finde die Musik schon sehr passig. Also sie ist sehr, sehr atmosphärisch. So, ihr Drecksäcker. Was soll denn das hier? Hallo. Hallo. Moment, lasst mich erst gucken, ob ich euch was wegluten kann. To give north back to the earth. Do you not understand that these woods are sacred? Ja, richtig. Wir haben dich geholfen, jetzt geht's! Was ist hier passiert, Soldat? Die Islander wollen eine Plot von Land, die in die Congregation befinden. Sie haben uns die Gehörigkeit zu verlassen. Wir müssen sie heilen. Otherwise, diese Land werden sterben. Ich bin sorry, aber wir können Sie nicht in diese Region. Aber wir wollen nur noch ein paar neue Bäume. Wir bringen Leben zurück. Diese Leute sind Fanatik, Ihre Excellency. Ein paar Woodcutters diede letzte Nacht. Und ich bin bereit, dass diese...savage hat eine Hand in es. Sie sind die Erde zu töten. Sie sind in der Erde zu töten. All of Sie sind CURSED. Shut it, du savage! Ich bin De Sade. Ich bin der Legate von der Merchant Congregation auf dieser Island. Ich bin bereit, etwas Licht auf dieses Affair. Du sagst, dass einige Woodcutters died. Aye. Sie sind sick und die ein paar Stunden später. Aber der Kampdoktor wird sagen können Sie mehr darüber. Sie finden ihn in der Barracks, hier. Danke, Soldat. Ich gehe sie zu sehen. Diese modernen Menschen, ja? Es ist furchtbar schlimm. Das klingt schmerzhaft. Bitte, ja. Das werden wir dann merken. Oh, guck mal. Petrus hat schon wieder eine neue Idee. Es ist die neue Quest von Petrus. Wie sieht sie das denn? Durch die Decke durch. Sie sind richtig. Genau. Hier ist es so neu, wie sie stehen. Das ist so neu, wie sie schmerzt. Dass sie kein Double. Das ist so neu! Das ist so neu. Das ist so neu. Das ist so neu. Das ist so großartig, wie sie ein bisschen schmerzen. Es ist nur ein kleines Studio. Alles gut, Koppando. Ich meine, das ist doch nicht böse. Ich meine, das ist wirklich nicht böse. Röntgenaugen, deswegen weißt die auch von den Partys. Sie sind gut, Gott, die schon lange. Kriegt man doch durch Wissen. Der Chirurg sagt immer, keine Diagnose durch die Hose. Schön. Sie sind nicht völlig sicher. Lecker, Nic-Nex. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Om, nom, 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 nom. Oh, was haben wir denn da hinten noch? Ach, da ist ein Lager. Alles klar. Das besetzen wir doch direkt mal. Schwupp. Ist das herrlich. Frischer Waldgeruch. Das sind keine Jäger, aber das ist wild. Aber ich hab's getötet. Das sind keine Jäger, wenn du unsere Jägerhäuser hast. Seid halt schneller? Äh. Genau. Genau. Aber ich hab's getötet. Wir wollen sie nicht essen essen. Aber was machst du hier, Nikes, wenn du nicht hier willst? Wir looking für dich. Wir? Was willst du von uns? Three woodcutters were poisoned yesterday after eating what you brought them. Poison? I swear we are not responsible for this. Listen. All the clues lead to you, but it may simply have been an accident. How about you tell me exactly what happened? It wasn't really an accident, but we did not want to kill them either. Then tell me how it happened. We did not decide to do this. We were trading beautiful things with the camp, but the elders said that we would be traitors to our clan, if we let the woodcutters cut down all the trees. Wie der das so einfach vor sich hin gummelt? Wie der das so einfach vor sich hin, wenn wir die Glade nicht wiederholfen können. Oh. Wie der das so einfach vor sich hin, wenn wir die Glade nicht wiederholfen können. Er hat uns die Fleisch von einem Andrik getötet von einem grossen Dossentatz. Die Flöge ist perfekt, wenn sie mit bestimmten Berries getötet sind, aber ohne sie zu essen, würde es leidig sein. And since the Ranaiksei invaded our forest, these berries are nowhere to be found. He wanted it to be a lesson for them, so that they may understand that their destruction brings death. I will not hold you responsible, but from now on you will no longer bring me to this camp. You were the instruments of a hateful old man's vengeance. And I'm under the impression that there will be even more deaths if I do not get to the root of this problem. The Vagigido Elder thought it best to take vengeance into his own hands. I understand his anger, but Dunkas would not approve of this. He would say that bloodshed only leads to more bloodshed, and he wouldn't be wrong. This whole thing could turn into an open war. We cannot let that happen. Sir de Kossilion will be able to give some advice on how to solve this property conflict without violence. Okay. Wie lange macht Raupi heute? Open End. Morgens Feiertag. Mal gucken, bis ich müde bin. Ad gös, einen wunderschönen guten Abend. Moin. Was sind das für Kopfhörer? Sennheiser. Sennheiser 558 HD. Gerne. Kein Ding. Sehr gerne. Ähm. Ich würde mich hier gerne erst noch ein bisschen umschauen, bevor wir, äh, bevor wir der Quest weiterfolgen. Just because. Was? Was? Was haben wir denn jetzt, Akko? Genau, die Kopfhörer gibt's nicht mehr. Die werden nicht mehr produziert. Die sind schon etwas älter, aber sehr, sehr gut. Oh, Heine. Oh, danke schön, mein Lieber. Dankeschön. Ich hoffe, es geht dir gut. Hm. Hier ist zu. Hm. Oh, die Hunde dürfen das Land behalten. Problem gelöst. Hm. Das, äh, wäre schön, wenn das so einfach wäre. Das stimmt, ja. Wenn das so leicht wäre, wäre das sehr, sehr schön. Leider funktioniert das meist nicht so. Na, sag mal. Na, ich kann da gar nicht hin. Ich komm da nicht hin. Und da komm ich auch nicht. Na gut, wobei, ich weiß nicht, vielleicht könnte ich hier durchgehen, aber, na gut, dann halt nicht. Dann, ach so, dann können wir aber auch hier unten zurückgehen. Ja. Oh, leid. Oh, leid. Oh, leid. Oh, leid. Oh, leid. Kaskar, Hallöchen. Das geht schon echt gut. Chris 4 wollte ich eh mal reinschauen, ob es sich lohnt. Ich kann es wirklich empfehlen. Ich kann es empfehlen. Ich spiele es sehr, sehr gerne. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich war übrigens noch nicht da und die Dynamo-Kurbel lockert sich langsam. Tja, öfter. Du musst halt auch da sein, wenn er kommt. Wenn du dann jedes Mal unterwegs bist, dann ist das schwierig. So, dann holen wir uns mal Rad ab. Rad ab. Sie hat ein Rad ab. Lustig, nicht. Nicht lustig, nein. Überhaupt nicht lustig. Oh, wir können ja jetzt endlich auch die Kiste hier aufmachen. Schloss Knacken 3, die konnten wir ganz lange nicht aufmachen. Wow. Das hat sich ja jetzt krass gelohnt oder so. Hatte gute Ansätze, ausbaufähig. Danke, danke, immerhin. Gute Ansätze ist schon mal schön. Guten Abend, Thomas. Doch, ein bisschen lustig war der schon. Ah, danke. Kann doch nicht noch ein Game anfangen. Vielleicht später. Tja, das ist doch okay. Einfach später. Wortwitz fällt mir was ein. Was fällt dir denn ein, Onkel? Oh, fuck. Nein. Jetzt macht er ja Mainstory weiter. Nein. Oh, Gott, nein. Hi, Hannah. Ich warte noch nichts zu ihm. Ich warte noch nichts zu ihm. Das weiß ich nicht, warum ich war keine Absicht. Aber du hast mir gegründet. Aber du hast mir gegründet. Ich war auch able, zu retten Herrn Buren, als auch seine Stadt. Er hat mich gegründet. Er hat mich gegründet. Er hat mich gegründet. Und seine gegründet. Er hat sich gegründet. Ja, sehr kind. Meine Hilfe hat so viel wert. Du bist wissen, was passiert zu Sammatteis? Her gates now fly the banners of the Coin Guard. The mages of Telemé were massacred for the greater part, but the mother cardinal has taken refuge here. This treacherous commander must be celebrating at least his partial success. But his victory will be for a short time. He must be stupid to have thought that the nations of the continents will let him trade with them and won't cut him off. I wish him luck in finding a port that will welcome him. And you were able to catch his lieutenants? The squires will pay for the crimes of their masters, as happens too often. It's still hard to swallow that Kurt betrayed us. We've known him for such a long time to think that he trained both of us, drumming into us fight with honor. How tragically ironic. You were able to turn that to our advantage. That little phrase is what saved our lives. As to why he betrayed us, he has taken that with him to the tomb. Fortunately, the entire Guard did not follow his example. Many have remained loyal. What do you plan on doing with them? How can we possibly trust them again? We cannot, but we cannot do without soldiers either. We shall have them pledge allegiance to the Congregation of Merchants, and I shall name a trustworthy intendant to keep them in line. Nothing more can be done. Before you leave, I must ask you something. All right. I'm listening. I do suffer, my fair cousin. I suffer so horribly. And, alas, we have yet to discover neither cure nor remedy. I'm sorry. I fully intend to continue my research. We have a number of leads, but with all that's been happening... Don't blame yourself. I know how much you do for me. Yet, I'm afraid that before the sickness claims me, the pain will have driven me mad. If only there was a way to ease my suffering. I know of a healer with powers that are legendary amongst the clans. It is rumored he can alleviate even the most terrible pains. His village is west of the city. I could take you there. One of our holy men once lived at San Mateus. His healing abilities were celebrated across the land. I heard rumors that he died in the attack. I'm nothing more than a sailor. I don't have much to offer when it comes to healing. As it would seem to lay me a prey for the Malachor, just like the Bridge Alliance, perhaps it would be best to ask for aid from those not suffering from the plague. Thank you, as always, for your advice. Cousin, you are the only one I trust, so please, don't let me lose my mind. I'll follow the leads and find a way. I won't let you down. Hold on. I'll be back as soon as I can. Jetzt bring ich ihm schon eine Hühnersuppe und die Fernseh... Was? Die Fernsehzeitung. Oh Mann ey, der Arme. Der hat einen richtig, richtig schlimmen Männerschnupfen, ne? Übel, übel, übel. Hä? 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 Wie soll ich denn hier nach oben gehen? Ich bin irritiert. Ich soll da drüben nach oben gehen. Also soll ich hier durch? und dann hier lang? Und dann stehe ich in der Küche und finde einen Schlüssel. Verlass die zweiten Schlüssel. Und dann komme ich hier aber auch nicht weiter. Hä? Hä? Was? Hinter deinem Cousin rechts oder so. Ja, aber dann muss ich ja doch wieder an ihm vorbei. Dann hätte ich ja gar nicht anders gekonnt. Das ist halt das, was ich ein bisschen doof finde. Ich dachte, es gäbe vielleicht doch noch einen anderen Weg. Guck mal, hier hinten gibt es noch einen nach oben Weg. Lass mal den probieren. Ich will einen anderen Weg finden, damit ich beim nächsten Mal... Ah, guck mal hier. Damit ich nämlich beim nächsten Mal nicht in die Haupthalle gehen muss. Weil er ja ansonsten halt automatisch die Main-Quest dann triggert. Und das ist halt ein bisschen blöd. Genau. Hier müssen wir nämlich nach oben kommen, ohne... durch den Hauptraum gehen zu müssen. Rein theoretisch. Hoffentlich. Toll. So viel dazu. Oder halt auch nicht. Ist ja super. Es gibt also keinen anderen Weg. Hier kommt man jetzt auch nicht weiter. Nö. Gut. Toll. Weg Medinite. Und der hat keine Sorgen mehr. Das wird vermutlich trotzdem schwierig werden, das hier aufzutreiben. Schade, den du treffen musst, hat nur eine Treppe. Ja. Das ist halt ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Das finde ich jetzt ein wenig drauf. So. Guten Tag. Sir de Corsillian. Das ist ein bisschen blöd, mein junger Student. Was kann ich für dich tun? Äh. Hochprozentigen Schnaps. Und dem geht es auch wieder gut. Genau. Das tötet alles ab. So. Nastra. Ein wunderschönen guten Abend. Danke für den Reset. Herzlich willkommen im Dritten. Du bekommst Licht in deine Gummizelle. Du musst allerdings noch klein wenig auf den Lichtschalter warten. Bis dahin, das Leuchtmittel aus der Fassung drehen, damit es dunkel wird. Dankeschön. Vielen lieben Dank, Nastra. Äh. Wir fragen ihn einfach alles. Bringt mir das was, wenn ich ihm das sage? Ja. Ja. You never know. Can your old professor still prove himself useful? Cannot. It is very regrettable. And I approve of your desire to appease this conflict. According to what you have told me, if ever there was a contract, it must have been signed under our former governor. You should go to the archives and verify this. Then go and talk to Lady Lorene de Morange. And of course I'll be delighted to help you once things have been clarified. Thank you, Professor. Once more you've been of great help. Can your old professor still prove himself useful? Danke, das war's mal alles. Looking forward to seeing you again, Sir de Consilion. Tja, hock nicht da geschieht, das glaube ich allerdings auch. Du fertig bist, gibt's die Insel nicht mehr. Lügen, Igel. Lügen, Igel. SERVERNENDE UNDER在自很多人ですね。 Dearдыias。 Woah. Oh, Moment, das ist vermutlich unten oder? Oh, Moment, das ist vermutlich unten? Oder? Tatsächlich. Vermutlich komplett im Inventar verschwunden. Schwupp und weg. Eingepackt. Beide. Beides. Kennst du eigentlich den zweiten Namen der Insel? Was? Onkel? Besitzurkunde über die Holzfällerei. Atlantis. Tierfra-D heißt Atlantis. Nach Verhandlungen zwischen Häuptlingen Dunkas und Gewinnerhöring de Morange über die Ländereien in der Region von Sven Var wurde hiermit beschlossen, dass die verhandelten Ländereien von nun an ein leiniges und ausschließliches Eigentum der Händlerkongregation sind. Eine Forstnutzung durch Holzfällerei ist ausdrücklich gestattet. Der Zugang zu diesem Gebiet ist jetzt nur noch Mitgliedern der Kongregation erlaubt. das ist halt sehr eindeutig. Das ist leider sehr, sehr, sehr eindeutig verflucht. Das wird die Eingeborenen aber nicht zufriedenstellen. Können wir da vielleicht noch irgendwas reißen? Wenn du fertig bist, ist es Atlantis. Ach so. Na, Entschuldigung. Es ist spät. Ich bin schon lange wach. Ich war heute den ganzen Tag arbeiten. Äh, und so. Bestimmt gefälscht. Vielleicht konnten die es auch einfach nicht lesen. Was? Die haben das überhaupt nicht verstanden, was da drin steht. Hi. Es gibt die Die Natives wollen accesses this place, which according to them is sacred and which they would like to heal. But some of our men there are using this deed to deny them access to the area. Tensions are running high and some people have died. Yes, there was a time when we enacted a lot of contracts. Do you have the document with you? Yes, here it is. Hmm. Hmm. This Session Agreement is only signed with a cross on the natives' side. Well, writing is foreign to them, as is the notion of land ownership. For them, the earth only belongs to itself. If they did not possess these lands, how did they cede them? I doubt they knew what this agreement represented, to be honest. In that case, why make them sign it? When we arrived on the island, we had to ensure our access to certain commodities. We also had to make sure that we had legal ownership of the lands we were occupying. The natives dreamed of possessing some baubles that they didn't know how to craft. It was easy to make them sign agreements that they didn't understand by giving them some. I was a stranger to their philosophy then. I only thought about my city. And I regret it. I'm sure we can fix this mistake. I hope so, Your Excellency. Come, let's find Sir de Corcilion. Can I help you with any other matter? You need it, it's vast. My lady, I have to go. Goodbye. I'm sorry. Sir de Corcilion. It's always a pleasure. There's a place, the Tibétis. I expect you've come to see me about this regrettable problem concerning a clearing which my student told me about. Indeed, and I think I may have a solution that will allow us to solve this conflict peacefully. Hmm, I'm listening. I must admit that I established this at a time when the culture and the mentality of the natives was foreign to me. The clan of this village was rather open to our presence. They welcomed us with benevolence. For this reason, I think we should allow them access to these lands. In doing so, we would appease the tensions and we would also retain ownership of the wood. We would even benefit from such an agreement if the natives reforest this area. Then we could exploit it for a longer period of time. I find this decision perfectly viable and I approve, but several men were killed. And their comrades will seek vengeance if the person or persons responsible do not pay for their crimes. I am convinced that Dunkus, the chief of this clan, never approved such an action. I understand, but I will only write a decree allowing people to go to this clearing, provided the murderer is delivered to us. Thank you master. I will inform Dunkus of your decision. Is aber schon irgendwie verständlich. Es ist halt schon irgendwie verständlich. Die amerikanische Art. Nee, tatsächlich ist das ja eigentlich grundsätzlich ein recht guter Kompromiss, den sie hier machen. Also natürlich ist es ja rein theoretisch definitiv in deren Interesse, wenn die Eingeborenen da wieder aufforsten für die. Umso besser. Ja. Ja. Aber puh. Bring alle Eingeborenen um. Never. Jetzt fühlt sich Kanada aus. Da hat jemand das Mimihorn gelassen. Ist das nicht die amerikanische Art? Achso, das Ausrotten. Ja, schon. So. Ähm. Es tut mir leid. Ich muss noch ein Päuschen machen. Ich habe so viel Wasser getrunken, dass ich ansonsten auslaufe. Ja, die Europäische. Stimmt. Gab es ja noch kein Amerika. Korrekt. Ähm. Kläste kleines Päuschen. Ich beeile mich. Geht für kleine Flauerschrauben. Hol dir was zu trinken und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Was wird hier abgelehnt? Hallo. So. Ah. Gute Nacht, Black Savers. Schlaf gut. So. Kann ich auch mal ein paar Sanktionen aussprechen. Sanktionen? Sanktionen? Ihr guckt alle demonstrativ weg. Oh. Das finde ich einfach gemein. Dafür finde ich es schön, dass ihr WB sagt. Danke schön. Ach ja. Hä? Ne, warte. Entschuldigung. Verwirrung pur. Was sagt mein Inventar? Mein Inventar ist noch relativ okay. Was haben wir denn hier Neues? Wow. Ich meine, es ist schick. Ja. Es ist sehr schick. Danke schön. Danke für die WBs. Ich muss mir. Ich weiß. Ja. Das ist immer. Äh. Isi und Danny Payne. Nee. Danny Pan. Danke für die Follows. Ähm. Ja. Je mehr ich trinke, desto häufiger muss ich für kleine Flauschrauben. Aber. Wenn ich nicht trinke, kriege ich Kopfschmerzen. Ist auch nicht gut. Ich kann nicht WB sagen. Ich schaue woanders hin. Ja. Hm. 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 Das ist natürlich völlig uninteressant, das Teil. Und was anderes haben wir nicht. Gut. Ähm. Dann zerlegen wir das aber, glaube ich, auch mal, oder? Das brauchen wir dann nicht. Das nimmt nur Inventarplatz weg. Danke für die Pause. Mein Eis steht vor mir. Na siehste? Siehste? Ja. Das hat auch seine positiven Seiten. Sehr schön. So. Dann geben wir Duncan mal Bescheid. Mal gucken, was er dazu sagt. Robby ist eine Nautenlady. Ich habe das abgelehnt. Ja. Ich bin eine Nautenlady. Ich bin mal... Also ich bin gespannt, ob das noch irgendwelche Konsequenzen haben wird. Mal gucken. Mal schauen. Oh. Ich bin gespannt. So. Ähm. Oh. Oh. Ich habe jetzt so ein bisschen... Angst vor dem Gespräch. erst mal hier alles leer plündern. Danke Dunkas 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 Und wenn sie den Ochre verletzten, dann haben wir die Begrüß gemacht. Wir wissen, dass du das alles verantwortlich ist. Die Hunters sagten mir alles. Wie kann du das tun? Du bist mehr verrückt als ein verletzender Adolescent. Bei diesen Menschen, du hast auf uns ihre Waffe gebracht. Und es ist nur natürlich, dass sie sich für die Justice stellen. Duncas, ich bitte. Ich wollte nur die Ranoexe verstehen, die VALUE der Trees waren. Bloodshed only leads to more bloodshed. Und du kennst das. Ich hätte nie gedacht, dass du das so schrecklich gemacht hast. Wenn du willst, die Woodcutters zu nehmen, in ihren eigenen Händen, musst du diesen Mann zu geben. Ich verstehe. Aber ich habe eine Frage, bevor wir eine Begründung haben. Die Lugay-Blau fooled uns in der Vergangenheit. Es ist der Fall für ihre gute Hoffnung. Was willst du von uns? Es gibt ein Moin in der Händen. Die Kongregation hat lange geholfen mit Hilfe von meinen Leuten. Aber die Begründung in den Händen riskiert es collapsing. Wir verabschieden die Erde mit der Wood. Wir arbeiteten mit der Lugay-Blau, und den Menschen schlafen. Wir verabschieden die Mäu-Blau und den Mann. Wir verabschieden die Mäu-Blau und den Mann zu vermeiden. Wir verabschieden die Mäu-Blau mit dem Boulder. Wieso verfilzte Haare? Das ist, glaube ich, Schmuck oder sowas. Das habe ich schon gesehen. Und muss mich nicht spoilern lassen. Oh, Mann. Können wir ihn hinten schicken? Level up! Level up! Ein Fähigkeitspunkt, den können wir direkt hier in... Der Wirkungsbereich von Manderangriff ist vergrößert. Lustig ist, dass da steht Reichweite plus 0,5 Minuten. Gut. Wir haben 0,5 Minuten mehr Reichweite gewonnen. Das ist sehr schön. Das freut mich. Eben. Das ist vielleicht einfach mal Style. Alle so gepflegte Zähne. Ja, das stimmt. Das haben sie. Allerdings. So, wieso gehe ich eigentlich? Warum? Also, jetzt mal im Ernst. Hä? Wieso? Ich... Hä? Warte mal. Hä? Ich will... Hä? Wieso? Warum... Warum hat er denn jetzt schon wieder eine andere Quest aktiv? Was ist denn das? Der Preis des Blutes. Ich will die Questreihe weitermachen. Kein Zucker. Das ist irgendwie immer ganz komisch. Guten Abend, Sklave. Naja, morgen ist da Feiertag, Sklave. Wisse. Morgen ist Feiertag. Da kann man ein bisschen länger als sonst. Da geht was. Ja. Ah, jetzt darf ich hier nämlich auch... Auch weiter. Auch sehr sauber aus. Kein Bild, um das zu vergleichen. Ja. Du musst morgen leider arbeiten. Zum Feiertag. Das ist ja... Also... Aber wieso das denn? Das ist ja eigentlich morgen tagsüber auch, wie? Ich bin mir noch unschlüssig, wann? Also, ich werde definitiv streamen. Aber ich weiß noch nicht so genau, wie, wann und so. Das ist noch nicht so ganz, äh, klar. Aus Gründen. Weiß ich das noch nicht sicher. Ähm. Ja. Müssen wir mal schauen. Wie wir das zeitlich... Morgen mal... Oh. 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 Also, das ist mal wirklich... Oh. Ist das schön. Oh. Robb ist schon nicht erst, wenn alle wach sind. Herrlich. Wunderschön. Es ist so atmosphärisch. Wie gesagt, Igel, ich weiß es noch nicht. Ich... Ich weiß es wirklich noch nicht. Ich überlege noch, ob ich morgen einen zweigeteilten Stream mache oder nur einen. Also, was heißt nur einen, ja? Oder ob ich halt einfach etwas später anfange und dafür halt nur einen. Also, dass sie sich die Zweiteilung weglassen. Müssen wir mal schauen. Ich kann das noch nicht genau sagen, wie es morgen wird. Krankenhausküche, die Patienten wollen leider jeden Tag essen. Ja, ist schon irgendwie verständlich. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Ich habe auch gern jeden Tag was zu essen. Du, ich bist 23 Uhr. Äh, nein. Macht ihr keinen Stress? War nur mal so gefragt. Ja, ja, alles gut. Alles, alles okay. Okay, es gibt hier offensichtlich noch einen Hintereingang. Wir gucken erst mal. Wir gucken erst mal ganz normal hier vorne. Guten Tag. Ja, ich denke mal, also, die Regie schreibt mir auch gerade. Wir werden es vermutlich so machen, dass wir, äh, ja, ich werde einen Stream machen. So ab 14, 15 Uhr, denke ich. Dann morgen auch was Besonderes gezockt? So zum Feiertag? Nö, nicht unbedingt geplant. Nö. Nö, ich denke mal, Greed 4 weiter. Oder, 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 oder was anderes. Weiß ich noch nicht. Äh, was ist denn jetzt die offizielle Stelle? Lul. Hier ist einfach Schluss. Hallo? Ah. Obachte die Aktivitäten in der Mine. Ah. Genau, gestimmt wird das, was Spaß macht, wie immer. Das war die Question-Ende. Das war die Question-Ende. Wir spielen hier jetzt. Look. They freed access to the Mine. Wow, frechheit. Dem werden wir aber ganz schnell ein Ende setzen, indem wir erstmal eine Tagesreise zurück nach Neu-Serene antreten, um da mit jemandem zu quatschen. Ah, da sie raube, was? Quatsch. Anakso Kuro, Servus, schönen guten Abend. Reisen. So, halber Tag. Ach, also wirklich. Wir haben hier echt die Ruhe weg manchmal, ne? Ich laufe jetzt aber nicht wieder Gefahr, einfach in die Main-Quest zu springen, oder? Nö. Also rein theoretisch nicht, hoffentlich. Sonst kriege ich die Krise. Wir müssen sprechen, Freund. Hier, schlimm und so. Äh. Ich habe dich gefragt, ob eine Mäne neben Gigador. Es war für lange Zeit für die Sicherheit. Aber jemand hat es wieder zu verbringern. Ich habe mich daran erinnern, dass eine Konzentration in dieser Region wurde für eine Mastermeierde. Aber ich habe nicht erinnern, die Details des Kontraktes. Es wurde vorhin gewonnen. Natürlich. Natürlich. Definitiv. Immer dann zum Schluss noch so, kann ich noch irgendwas für dich tun? Ja, verstehe ich auch nicht, Atlas. Warum kann ich nicht einfach dahin gehen, die alle abmetzeln und Ruhe ist? Wo ist denn jetzt das Problem? Wieso soll ich denn jetzt die blöde Besitz-Orkunde holen? Was soll denn das? Also, hallo Chris. Äh. Der Ossi-Wessi-Simulator. Breakout Wall Edition. Uff. Koala, uff. Ich habe es etwas spät gelesen, aber ich habe es gelesen. Bürokratie ist wichtig. Ey, ich merke das schon. Ist da wieder hier runter ins Archiv rennen, 50 Milliarden Türen aufreißen, bis ich da endlich mal im Archiv bin. Aber inzwischen kenne ich den Weg. So, na schön, wenigstens liegt es direkt hier vorne. Besitz-Orkunde eines alten Minengeländes, das Meister Maillard gehört. Dieses Schriftstück ist im Rechtsjargon verfasst. Es handelt sich um eine Besitz-Orkunde von Meister Maillard, die sich auf einige Ländereien in der Region Semva bezieht. Darunter eine alte Mine. Das Dokument wurde von Lady Morange unterzeichnet. Du wirst ihre Hilfe brauchen, um die gesamten rechtlichen Besonderheiten zu verstehen. Was sagen diese Dokumente? Ich bin in all der legalen Jargon verloren verloren. Aber sie haben Lady Morange's Seel auf dem. Wir sollten sie finden, um genau was sie sagen. Natürlich. Natürlich. Was auch sonst? Ich glaube, wir sind Blut, Senior. Blut. Ob du nicht mit seinen Methoden handelst? Du hast da Nivea. Ich habe kein Nivea da, nee. Habe ich nicht. Wo gibt es denn sowas im Westen? Hallo. Erklär mir das ja mal. Das Mal, es geht um die Property Deeds von einem Plot von Land und von einer Mine, von einer bestimmten Maillard. Hier sind die Deeds. Ich muss sagen, dass ich sehr wenigstens von was geschrieben ist, aber Ihr Seel ist auf es. Und jetzt, die Mine located on this Plot von Land has been reopened. Ich denke eher Blut, 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 das ist da alles das Gleiche. Eine Frau ohne Nivea, das erklärt einiges. Was? Was soll das denn heißen? Der hat das Niveau von dem Dixi-Klo gesungen. Ich mag das Niveau. So, mein Freund. Was soll das? Was soll das Niveau von dem Dixi-Klo gesungen? Ich werde dir gleich einigen. Ist mir schlecht. Wie jetzt? Darf ich dem nicht einfach eine reinhauen? Nur mal testweise, ja? Ja. Ab und zu lauft ihr euch über den Weg und winkt euch freundlich zu. Ja, wir halten Sicherheit an. Abstand. Das Niveau und ich. Wäre ja auch zu schön gewesen, ja. Das klingt gut, Delfin, ja. Ja. Gute Nacht, Kaska. Immer schön gescheitig mit dem Vorschlag kann man nachziehen. Oh, wirklich. Also das ist wieder so ein Typ, den will ich einfach nur einen Kopf kürzer machen. Und dann ist gut, dann ist Ruhe. Ja. Das ist doch völlig unproblematisch. Nein. Ja, während die Mine immer weiter ausgebeutet wird und entspannt in sich zusammenbricht. Ja. Quatschen wir hier einfach mit Leuten. Total toll. Ich mag deinen Humor. Solche Fäden immer wieder findest, obwohl das schon eine gefühlte Ewigkeit hier ist. Och, naja, das ging ja jetzt. Das war jetzt nicht so lange her. Das war eine Minute. Zwei. Ich hatte doch mit Mama gekämpelt. Ja. Ja. Ähm... Was hat er gesagt hat, in seiner Gefängnis? Er hat eine künftige Ere und versucht, mich zu brennen. Oh, diese Merchants sind so rich, dass sie verletzt werden, dass sie basic Decency verletzt werden. Aber es ist high Zeit, dass wir ihn verletzt haben, von dem ist in charge der Congregation auf dieser Ebene. Hier. Das ist ein Eviction Notice, das dispossessiert ihn von all seiner Land, für brechen seine Contracte. Für seine Schulden gegen die Natives, er ist verletzt von dieser Ebene. Immer wieder schön. Sieg der Bürokratie, ja. Und wenn wir jetzt ankommen, wette ich, ist die Mine zusammengebrochen, die Sklav tot. Äh, und demnach wird natürlich auch unser Deal sterben. Höchstwahrscheinlich. Ja. Es ist... Ich mache mir Sorgen. Ja. Und wir üben Selbstjustiz. Was könnte daran falsch sein? Ja. Sag ich doch. Ja. Ich meine, da kann man auch ruhig mal, äh, einfach zuschlagen. Ja. Aber nein. Wieso? Du hast die Mine geschlossen. Wann denn? Wann habe ich sie denn geschlossen? Ich war doch noch gar nicht da. Hier, die stehen ja hier immer noch rum. Wenn sie zusammenbricht. Ich kriege ja die Krise! Wie an der Wurstfäcke. Darf sonst noch was sein? Für 20 Jahre oder so. Das klingt auch gut, Atlas. Hm. Weil die Mine ist, neuen Lagers zu übernehmen. Oh nein, das war ja Gothic 1. Alter, ich kriege hier gleich einen Anfall. Duh. Oh nein, das war ja so. Duh. Oh nein. Du. Oh ja, der Gott, wenn wir ihn töten, müssen wir die anderen nicht töten. Tja. Guter Schuss. Guter Schuss. Direkt an meinem Kopf vorbei. Oh wow, Dave. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank für die Unterstützung. Danke, 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 danke. Auch wenn der Resub noch nicht geteilt ist, ich sehe es an deinem Batch. Danke schön. Keine Zeit mehr, Twitch zu schauen, wie furchtbar. Miss Schat, bitte was? Ob du ein Loch im Hut hast? Ich glaube nicht. Äh. Hallo. Äh. Er ist ja ganz toll. Klar. Aber neues Ohrloch. Yay. Mehr Ohrringe. Hallo Kalimtor. Tolle Schlossen, Holzbalken. Ja. Nun. Was, 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 woran, was? So. Wusste doch, ich hatte hier in der Ecke noch eine Kiste gesehen. Den Säbel der Seeleute. Ah. Hallo, Vasco. Nein? Okay, ich hätte... Hm. Nichts für dich? Irgendwie habe ich damit gerechnet, das wäre was für ihn. Hm. Ach, weil es eine schwere Einhandwaffe ist, die Stärke braucht. Ah. Alles klar. I see. So, ihr seid frei. Das freut mich sehr. Der ist tot. Konnten wir doch noch Kopf ab und so. Finde ich eigentlich ganz gut. Äh. Das ist doch sehr schön. Dann können wir jetzt ganz entspannt... Jans, jans entspannt... Ähm. Zurück zu... Dunkas gehen. Und ihm sagen, dass die Mine wieder sicher ist. Mehr oder minder sicher. Also zumindest... Schürft dort keiner mehr. Das ist ja schon mal viel wert. Hoffentlich. Ein Säbel, der eigentlich eine Axt ist. Ja. So sieht's aus. Bis morgen verabschieden. Gute Nacht. Schlaf gut. Sklave. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Bis morgen. Auf einem Bein steht es sich schlecht. Vielleicht war es ja schon das Zweite. Die Lösung für fast alles in dem Spiel. Ja, nicht ganz. Auch eher Kurzschwerter. Ja, das stimmt. Ah, ich habe gute Neuigkeiten. Oder er ist tot. Freundin heißt es. Siora hat das auch schon gesagt. Give us the old man now. If you allow it, I would like to punish him myself. Enough blood has been spilled, and he will only call for more of it, since he loved the forest to the point of killing for it. He will be sentenced to heal it. Every day he will replant what your men will cut down. Every day until the end of his life. Does this punishment seem acceptable to you? If I explain to Sir de Causillon that the man was sentenced to forced labor, I suppose he will approve. Thank you, Duncas. It is a wise sentence. Is there anything else? I must leave. Goodbye, Duncas. Qua awolum sege. Es waren schon zwei, siehste? Sklava steht sicher auf zwei Beinen. Vielleicht heißt es ja auch Herzblatt. Uh, Herzblatt. Nisiora hat das tatsächlich auch schon gesagt. Karans. Ich wusste nicht, was es heißt. Jetzt wissen wir, was es heißt. Das ist sehr schön. Wieso habe ich denn jetzt schon... Was ist denn jetzt... Wieso... Ist die Quest jetzt einfach vorbei? Die Quest ist einfach vorbei. Ah. Ah. Aber... Wir waren doch dort mit Erkunden auch gar nicht fertig, oder? Mal schauen. Freundin. Freundin heißt? Ja. Sicherer? Also noch Nummer drei. Ich bin gespannt, ob es jetzt hier was getan hat. Also ob wir jetzt hier Eingeborene sehen. Zumindest stehen hier keine Wachen mehr. Hallo. Ich kann hier mit niemandem mehr reden. Ist schön. Die Leichen lassen sie immer noch hier liegen. Ist auch schön. Läuft. Okay, ich hätte mir tatsächlich gewünscht, jetzt hier noch ein, zwei Eingeborene zu sehen. Aber ja, es ist in Ordnung. Kleines Studio und so. Aber das wäre schön gewesen. Das tritt sich fest. Mit Sicherheit. Tritt sich das fest. So, hier kommen wir ja aber immer noch nicht lang, ne? Hier ist ja blockiert. Da kommen wir ja nicht hin. Tch. Nun gut. Dann halt nicht. Hm. Achso, haben wir vielleicht... Warte mal. Nö. Es gab jetzt nicht irgendetwas Neues, oder? Sieht so doof aus. Immer noch. Sieht halt einfach doof aus. Ich will auf meine Magie-Regeneration tatsächlich nicht verzichten aktuell. Hoch. Oh, wieso passiert denn mir das ständig? Das ist wirklich übel. Das passiert mir so oft, sich aus Versehen aus der Kiste was ins Inventar schmeißen. Schlimm. So, vermutlich wäre jetzt gefährliche Wetten, also dann werde ich wohl Petrus mal herbeirufen müssen. Und zack, da ist er. Ja? Das läuft. Mal gucken, was er hat. Ja, Petrus. Was ist das? Ich habe mit einem Plan, um was wir gelernt haben, über die Mutter Cardinal zu benutzen. Das ist der Lutreflex. Sie müssen teilnehmen in einer Krieg in der Arena. Und wir müssen sicherstellen, dass die Wahrneigungen hoch sind. Um das zu tun, Sie müssen einen Champion treffen. Das wird sie in. Das würde effektiviert werden. Aber das Risiko ist, sie wird gegen mich beten. Das ist der Fall. Aber die höchsten Betten sind auf der exakt Zeit der Krieg. Ich verstehe. Wir werden die Mutter Cardinal glauben, dass ich zu einem bestimmten Zeit verlieren werde. Und indem du das so gewinnen, etwas größer als eine Krieg. Das wird sie verlieren, eine große Menge. Genau. Was? 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 So, na, dann lassen wir diesmal Vasco da aus der Gruppe entfernen und nehmen dafür Siora mit. Genau, bestätigen. So. Dann überzeugen wir den Buchmacher mal, das dürfte ja wohl ein kleines sein, oder? Ich meine, hallo. Hä? Wieso? Hm. War's schon. 1660 Ti. 1660, das ist das, äh, ich bin raus. Ist das irgendwas Neues? Sind wir nicht schon höher? Also, es muss nicht schlecht sein, wenn wir es wilden. Ja, also. Ganz will ich jetzt damit nicht zum Ausdruck bringen. Nee, im Moment sind wir nicht. Nicht erst bei 1080 oder so? Oh, it's you on all men, are we? Komm and see. All receive beautiful things from our villages. Die zum Daddlen. 1550 OGS. 1660 kam vor. Ist in Ruhe stand. Alter, ist Teilzeit. Von was geupgradet wird. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr. Äh. Äh. Kaufen. Zeig ich mal, was du hast. Nur Schrott. Du hast ja nur Schrott. Tschüss. Das ist ja nur crappy Kram gewesen. Aber ja, gut, das ist ja auch die erste Stadt. Das werden die nicht anpassen. Das werden sie wohl nicht anpassen. So. Huch. Das war ich nicht. Ich, also, ich habe damit nichts zu tun. Das war schon so. Und ich muss sagen, dass du eine bestimmte Talente hast. Ach. Es könnte interessant sein. Ein meiner Champions hat sich für eine Chance zu schien. Was ist das? Er hat nicht viel Ruhe gemacht, aber er ist ein sehr guter Spieler. Und sein Name ist ziemlich gut bekannt in diesen Teilen. Der alte Brut. Gegen den Chef unserer Exzellenz. Ich dachte, er ist der Hälfte. Muss. Aber ein Schläger. Was hast du gesagt? Es ist genau das, was ich brauche. Perfekt. Warte mal, der ist ja... Da müssen wir ja wieder wo ganz hin. Ganz anders hin. Da müssen wir jetzt... Ja, wir hätten generell nach San Mateus gehen sollen, oder? Deswegen hat er mir hier auch den Marker nicht angezeigt, weil wir nach San Mateus sollen. Über diese besoffenen Stadtwachen. Ja, das ist furchtbar, oder? Minecraft mit 287 FPS zu spielen. Zwischen Leistung, Kosten, Wärme machen. Ja. Das verstehe ich. Wo laufe ich denn jetzt hin? Morgen frei. Ja. Morgen Feiertag. Morgen Feiertag. Tag der Deutschen Einheit. Hi, Dark Spider. Schwimmen wir dir Songitien im Kopf rum? Die wollen aufgenommen werden, bevor sie weg sind. Ich wünsche einen fantastischen Abend und viel Erfolg, Budweiss. Das wäre wirklich... Deswegen hatte ich dort auch keinen Marker, weil ich nach San Mateus soll. Capture Card, FD. Ich habe zwei Rechner. Ich habe hier zwei PCs stehen inzwischen. Ganz am Anfang hatte ich das natürlich nicht. Ja, also wo ich angefangen habe mit Streamen, hatte ich... Noch ganz, ganz schlechtes Equipment. Eine ganz furchtbare Cam. Ein ganz schlimmes Mikro. Mikro. Also, was heißt ganz schlimmes Mikro, aber eben noch ein nicht so gutes Mikro. Und ja, das ist halt mit der Zeit gewachsen. Profi. Lul. Ja nun. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Äh. Nee. Aber... Hä? Ich verlaufe mich hier schon wieder. Ähm. Nee, das würde ich jetzt so vielleicht nicht unbedingt sagen. Aber das ist einfach... Man will ja dann... Äh. Irgendwie auch immer eine noch bessere Qualität liefern können. Und noch besser. Und so, ne? Das ist halt einfach... Man will ja auch was zurückgeben. So ist das. Und er wird natürlich in bessere Technik investiert. Na sag mal, wo ist denn jetzt der Verfluchte? Ich denke, wer ist denn bescheuert oder was? Was ist denn jetzt der eigene? Was seid ihr denn? Was seid ihr denn? Was ist denn jetzt? Was haben die sich denn gedacht? Wie viel Begleiter hast du schon? Äh. Ich hab einen verloren. Jetzt hab ich noch vier. Drei. Ich hab noch drei. Könntest du das als Vollzeitrape machen? Vermutlich ja. Nö. Also würde ich nicht. Tatsächlich. Das... Also das... Wir haben da schon, äh... Schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich bin in der wundervollen... Befinde mich in der wundervollen Situation, dass... Äh... Ich eben nicht... Dass ich das nicht Vollzeit mache. Ich nicht davon abhängig bin. Von den Einnahmen. Denn... Wenn du davon abhängig bist. Wenn das dein Job ist. Und da dran deine Existenz hängt. Da kannst du vielleicht nicht wie ich immer mal einfach so... Spielen, worauf du Bock hast. War könnte nicht machen. Das kommt ja auf den, ähm... Das kommt ja darauf an, was man so als Lebensunterhalt braucht. Und das ist ja bei jedem anders. Rein hypothetisch. Nee, glaub ich nicht. Das wär mir zu eng. Deutlich zu eng. Finanziell. Äfter. Weil du musst ja dann... Ne? Selbstständigkeit bedeutet ja dann dich privat... Also du musst dich dann krankenversichern. Ja? Das ist teuer. Das ist sehr teuer. Äh... Und noch so ein paar andere Sachen. Das... Mh-mh. Nee. Vor allem, wenn sie mit HD oder Ultra HD schauen wollen. Damit... Leute. Aber dennoch kommt es auf die Unterhaltung an. Vor allem bei Twitch. Ja. Das stimmt. Tinge. Definitiv. Ich find auch immer... Also ich find Soundqualität ist super wichtig. Ich find Soundqualität ist für... Also ist für mich selber noch viel, viel wichtiger. Als irgendwie, äh... Ein total tolles, äh... Bild. Natürlich ist es schön, wenn das Bild gut ist. Aber wenn... Wenn der Sound scheiße ist. Geht das gar nicht. Also wenn das Mikro irgendwie rauscht. Kratzt. Oder komplett übersteuert. Oder keine Ahnung. Ich find... Also für mich persönlich ist das mega wichtig. Die Frage war ja, ob du Profi bist oder nicht. Ich bin kein Profi. Bin ich nicht. Wie Densen. Oder... Oder... Densen ist, äh... Zum Beispiel... Profi im... Im Speedrun. Profi im Sinne von professionell. Definitiv. Profi-Looter. Genau. Ich hab nur Ansprüche. Ich bin kein Profi. Ich hab nur Ansprüche. Zum Dauerrauschen im Hintergrund hat. Wobei man das bei mir... Hat man das auch. Wenn... Wenn keinerlei Sound ist, hört man das. Ganz, 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 ganz leise. Das stört mich auch immer noch. Aber... Naja. Ich weiß nicht, was wir noch tun können, damit es noch besser wird. Ah, da fällt... Da fallen mir beschämt noch Sachen ein. Ähm... Petrus eingreifen lassen? Ihn danach fragen, den Kampf zu manipulieren. Wir... Wir versuchen das mal, oder? Hm. Ich habe eine sehr lustige Prozesse für Sie. Du wissen, dass ich gegen einen Champion kämpfler muss. Jeder weiß. Du warst von einem Moment in einem Moment gewinnen. Ich bin sehr klar. Ich weiß, dass mein Spieler mich zu stark für mich ist. Aber... Ich glaube, dass mein Spieler die Kampf auskürt. Für die Schönheit der Kampf, natürlich. Ich beginne zu sehen, was du anrufst. Diese Kampf hat mich nicht interessiert. Die Odden gegen dich sind so hoch, ich würde nicht mehr davon ausdenken. Aber wenn wir alle Gamblerinnen verlieren, indem wir uns da ein bisschen länger hängen... Wir könnten eine schöne kleine Nesteck gewinnen. Organisieren das würde ein paar Kosten für mich. Es ist besser ein Bonus. Without den Bonus, es ist kein Problem. Wenn du mir in advance payst, wenn du mir in advance payst, dann lass dich nicht mehr ausprobieren. Dann lass dich alles aus. Du bist alles aus. Wir bezahlen ihn. Wir bezahlen ihn. Wir bezahlen ihn. Wir haben ihn. Okay. Wartet darauf, dass der nächste Kampf stattfindet. Nee, soundtechnisch habe ich hier im Mischpool stehen. Und einen Vorverstärker, den DBX. Also diesen doch Vorverstärker ist schon richtig. Ich weiß nicht, ob wir dafür einen Command haben. Haben wir dafür einen Command? Ja, das steht beim Mikro, glaube ich, mit Strauchy. Ich glaube, das steht mit meinem Mikro. Ja, genau. Tja, öfter. Rauschwilder, wie die Zahl heißt, besorgen, weil ich immer über meine Boxen gehört habe, wie die Datenpakete vom Internet durch die Leitung kamen. Nun, der Nachteil von einem Dele-Annetzwerk. Ja, ich glaube, dass es sowas ähnliches bei mir auch ist. Das ist irgendein... Ja, ich weiß nicht so richtig. Aber das hört man so selten. Also wirklich nur, wenn komplette Stille herrscht von dem her. Ich glaube tatsächlich, es ist vom Mikro. Ich glaube, es ist das Mikro, was die Lüfter, der Rechner einfängt. Und ich könnte natürlich, also ich müsste das Mikro viel näher rannehmen. Ja, dann könnte man da auch noch ein bisschen rumschrauben. Aber dann konnte ich mich hier nicht mehr so frei bewegen, wie ich das mache. Und das ist, naja. Tja. Wie es halt so ist. Naja, ich habe hier halt... Also die Frage ist halt auch immer, was will man denn noch dastehen haben? Müsste Spelunke. Ja, ich meine, ich streame hier. Es ist nicht so, dass ich... Keine Ahnung. Ich mache ja jetzt nicht... Also wenn man natürlich auf Gesang oder so auslegt, also so Twitch Sings macht oder DJ, ja. Dann steht natürlich ein anderes Equip da. Aber am Ende, ich mache hier Gameplay. Ähm... Ähm... So... Wir schlafen. Wir schlafen jetzt bis... Bis wann denn? Bis zur Mittagszeit? Nö, eigentlich wieder bis zur Abenddämmerung, oder? Bis zur nächsten. Nächster Kampf in 2 Stunden und 34 Minuten. Auf zur Broschenschenkel. Glaube ich. Naja... Ich würde da nicht Deppen sagen, Mr. Spelunke. Das würde ich halt niemals sagen. Das ist halt einfach Quatsch. Weil, also, ne, die Frage ist immer, warum nicht? Ja? Das ist halt genauso. Ich könnte halt genauso gut sagen. Ich hätte mir auch einfach ein recht gutes Headset holen können. So. Ähm... Wo dann, wo dann die, die Mikroqualität vermutlich auch genügt hätte. Und hätte das mit dem ganzen anderen, äh, Kram hier gelassen. Es ist halt immer... Ich, ganz ehrlich, es sollte jedem, jedem selbst überlassen sein, wofür er sein Geld ausgibt. In was er investiert. Kabelloses zum Leidwesen der Katze, wenn sie spielen möchte. Ja, ich hatte zum Beispiel auch schon überlegt, ne? Es gibt, es gibt ja inzwischen sehr, sehr gute, ähm, Bluetooth-Headsets, die wirklich einen sehr, 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 sehr guten Sound bieten. Aber, also einfach, damit ich mehr Freiheit habe und damit es näher am Mund ist und eben nicht mehr so ein, so ein krasses Grundrauschen, äh, also, was heißt krass, aber dieses Grundrauschen halt vielleicht einfach nicht mehr da ist. Oh ja, da legst du halt auch einige Hundert hin und so. Ja, FD, wie gesagt, ich finde es halt immer albern, so die Frage zu stellen. Es ist doch echt jedem selbst überlassen. Da können wir auch genauso gut sagen, es reicht einen PC zu haben und dann ist halt die Qualität einfach nicht so, also, die Bildqualität nicht so hoch. Also, die, also, die, die Art der Diskussion finde ich immer nicht so, nicht so prall. War letzt, schon guten Abend. So, eine Minute noch, schalalala, eine Minute noch. Hallo. Toll, mit dir kann ich gerade nicht sprechen, oder was? Will ich noch mal? Das ist auch gut. Ja! Ja, 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 ja. Weeeeee! Weeeeee! Genau, Hempelchen, genau. So. Was, wieso oben? Hä? Jetzt bin ich irritiert. Ist das, findet das, wo findet das statt? Hä? Nee, Moment, das ist doch, das ist doch völlig bescheuert. Das muss doch hier unten sein, das ist doch unten in der Arena, oder? Sag ich doch! Äh, so. Also manchmal... So. Sehr gut, ne? Das wird ein Spaß. Oder so. Oder so. Loll! Das war super schwer Die Frage ist, wo ist sie denn? Hallo, Bini Wie kurz halt da wieder rumsteht Es ist so creepy, dass der hier halt rumsteht Warum ist die jetzt eigentlich die Böse? Mir fehlt ein wenig Input Wow, Elfte Wow Wow Kannst du ihn ansprechen? Nee, das geht nicht, Kopano Ich kann ihn tatsächlich nicht ansprechen Ach so, die ist natürlich in New Serene Rein theoretisch, ne? Rein theoretisch müsste die in New Serene sein Weil die ja San Mateus und so nicht mehr unter Kontrolle hat Weil die nichts kann Ich empfehle das Beauty Äh, ja Die ist halt wohl, also laut Petrus eine sehr manipulierende Frau Und damit, also wir haben halt versucht etwas zu finden Was wir gegen sie verwenden können Ähm, so quasi für den Fall der Fälle Und, äh, da haben wir auch einiges gefunden Was sie so an Dreck am Stecken hat Und, ja Ne? Das ist die Kurzfassung Sie hat bei Konstantin Zuflucht gesucht Ja, ja, korrekt Deswegen reise ich ja auch gerade nach New Serene zurück Sie müsste ja irgendwo hier sein Ja, damit sie nicht irgendwann unseren Vetter manipuliert Die Fiese Ja, ne? Händlichen Ja, ne? Wir haben gelernt, dass die Arena für dich war Wie wirst du das? Oh, ich sehe Du hast meinen Informer verbringst Wir haben nur den glauben, dass ich verlieren würde Alles, was ich getan habe, war, den Platz von deinem Geldländer You owe me a handsome sum All of this just to make me spill the beans, am I right? I didn't expect you to play this kind of game, Your Excellency It is true, though, that with such a teacher Oh, come on, Cornelia You excel at this game It's true And I also know when to admit defeat What do you want from me? We won't use what we know of you, nor what you owe us So long as you act loyally towards the Congregation and Constantine Is that clear? Is that what you're expecting? Ah, but I'm sure that this sly old fox has something else in mind, right? You hope that I'll support you when you caught the rank of Cardinal You haven't learnt your lesson, then? Have you forgotten the abyss into which you plunged because of your ambition last time? Petrus, what's she talking about? Cornelia, you don't have the right to use that against me To disclose what I revealed to you that day It was said under the seal of the Enlightened, it's true But if someone deserves to know, it's her No, please Since you have no intention of speaking, I will Petrus knew your mother, child Your real mother My... my mother? Petrus, is it true? How? Be damned, Cornelia It's true, I knew your mother I used to go to the jail To give my spiritual support to the prisoners of the Prince d'Orsay That's where I met her She was alone Afraid And exhausted And so strange Obviously, I had no way of knowing that she came from here The princes kept their secret well Why didn't you tell me about it? You know that my uncle lied to me and you kept quiet I... I was ashamed Ashamed of having left her to die in that dead-end pit Completely alone Why talk to others about it then? Why does she know? One evening, in a fit of despair Petrus felt the need to share this great burden with someone At the time, you were the ear of the enlightened Cornelia You have broken your vows Ah, damnation It's better out in the open I've wanted to tell you about it since I met you Now that you know I want to do something in her memory I will help you find your family here on the island The Prince sent you here to use you But I can ensure that all of this serves a purpose How could I possibly believe you now? You have used me for your scheming And have kept me in the dark I understand how you feel, my child Let's wait a little Until you've taken it all in Time heals the wounds of the soul Come back and see me when you are ready As for you, Cornelia Remember what we have on you You no longer have the upper hand Be careful, Desade You now see the real Petrus Sly and opportunistic Eh Siora, sag mal Würdest du bitte von dem Tisch runterkommen? Das ist äußerst unhöflich Ich glaube, da nehmen sich beide nicht viel Das glaube ich allerdings auch Schönen guten Abend, Rummold Hallöchen, Jeffro Hi, Fanta-Motte Und so macht er das also, Beanie Der Strom, der dabei verbraucht wird Also wirklich Siora, sag ihm dich, Table Dancer Ich glaube auch Es ist etwas irritierend Hm Herrlich Herrlich Also wirklich Hat der das gewusst? Der hat das gewusst? Was war es denn? Ich weiß nicht, was ich da sagen soll So, aber Meine Lieben Dafür, dass ich mindestens den Lauwarm einlaufe Die mindestens Den Onkel kriege ich noch Mox, da hast du dir einfach was vorgenommen, du Da hast du dir einfach was vorgenommen Das wage ich zu bezweifeln Ähm Na sicher Wir werden jetzt Feierabend machen Ich bin müde Ähm Habe einen leichten Einen ganz leichten Anfall von Kopfschmerzen So langsam Äh, komm rein Hier ist Feierabend Es tut mir leid, Humboldt Ich bin seit fünf auf dem Bein Äh Und jetzt brauche ich Schlaf Denkt ihr etwa, der macht das anders? Nö Natürlich nicht Natürlich nicht, Mox Aber Ockler hat halt Oh Wirklich ein paar Jahre Vorsprung Oh Ha Juli hinten raus Ja, ja Elfte Ja, ja Hm Raub und ich sind jünger Meinst du, wir haben noch länger? So, ich guck mal nach, wo ich euch noch hinschicken kann Hm 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 Ich schicke euch zu Minyas rüber Minyas macht auch heute kein Live-LP Sondern, dass es wirklich erspielt Aber nicht, dass er gleich Feierabend macht Vielleicht mal kurz reingucken Doch Macht er Live-LP? Steht gar nicht im Titel Der macht doch kein Live-LP Der spielt mit Fleischhammer Ja, aber doch kein Live-LP, oder? Oh, nur Clay Du bist Kämpfer, ja Hast du keinen Krücken-Pot machen? Das ist aber auch neu Krücken-Pot kannst du normal nicht machen Oder? Doch, was er vor Nö, er hat nicht Er hat nicht Live-LP da Ich gehe einfach mal davon aus Er macht ganz normalen Stream Ich hoffe einfach mal, er macht einen normalen Stream Das ist uns komisch Doch, er ist live Ja, er ist live Aber er macht nicht Er Ich glaube, du weißt nicht, was ich meine Alles gut Alles, das habe ich nicht gemeint Ich meinte Live-Let's-Play Das heißt, er macht eine Also, ne Live-Let's-Play ist eine Aufnahme für YouTube Die er live im Stream macht Dabei redet er aber nicht mit den Leuten Und so Und das macht er gerade nicht Er macht einen ganz normalen Stream So Ich schicke euch zu Minjas Wünsche euch dort eine wunderschönen Abend Für durchgedrückt Wir sehen uns morgen, wenn ihr mögt, wieder Äh Und Mehr fällt mir nicht ein Danke, dass ihr da wart Vielen, vielen, vielen lieben Dank Bye, bye Bye Bye